ich mich nicht auch hier auf youtube zu einem weiteren part numero vier müsste das jetzt gewesen sein müsste sein müsste jetzt sein zu lege drängen ich ihn auch live im stream doch kann ich höre jetzt doppelt nie lassen wir unser schwert bisschen schwingen unsere schusswaffen ach schön 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 so heute einfach mal es ist der freitag und liebevoll nennt der chat ihn auch öfters den den therapie freitag ich nenne ja den den freutag aber des öfteren kommt das halt auch mal hier vor dass man gewisse themen anspricht die einen beschäftigen also deswegen nicht wundern falls das mal hier in im stream oder im video wo vorkommt aber eigentlich suche ich das so ein bisschen zu reduzieren dafür die die just chatting funktion halt dann eher dann zu nutzen dabei wenn ich die mal richtig nutze aber nee ich muss die gar nicht so genug davon jetzt wir waren letztens drin wir hatten badehaus ein kampf gemacht nackt hat ein paar nebenaufgaben gemacht aber was nun so gott die frames die brechen ein ja wir haben unser inventar platz erweitert wir haben level 19 wir haben glaube ich auch jetzt die chance die bessere waffen zu kaufen die haben wir bereits gekauft ja das war unsere vorige waffe das ist unsere jetzige waffe das kann man noch nicht die fähigkeit ist noch nicht ausgerüstet wann bekommen wir dann diese fähigkeit wann können wir dann odachi machen entweder in der story oder hier auf einen ich glaube nicht dass das dort ist ich glaube nicht dass man das dort hat ich glaube dass es dann in der story wenn man ein bisschen weiter vorangeschritten ist wir dort odachi benutzen dürfen oder sind halt hier diese ein dinge nur die gerad nur essenzen ich glaube hier lernt man die sachen gar nicht ich denke halt eher dass man im spiel noch lernt taubt um was achten zahlen in taubt um werben der todesstoß der während der drachensamen blitz und an blitz ausgeführt werden kann aber man enthauptet doch nicht wirklich die leute sind nur schwer verletzt wir töten hier keine es sieht zwar aus als ob wir die die tüten aber in den normalen nebenkämpfen töten wir keine die werden nur leicht verletzt oder das ist alles catch up wir töten keine sondern wir verletzen die nur sehr sehr schwer die bösen untereinander die töten sich wir genauso wie kirju hat noch nie jemanden getötet und rioma auch nicht hier wissen dass odachi über massives odachi das extrem schaden verursacht hinweis im einsatz einer spezialwaffe erhältst du jedoch keine stil erfahrung also odachi wissen über beherrschung erhöht die stärke von angriffen und hit aktionen mit einem odachi ja aber wie wie bekommen wir dann die die funktion dass wir und odachi haben dürfen dadurch erst odachi ausgerüstet irgendwas beim schwertkämpfer land leben können wir auch noch machen anbauen von gewissen dingen haben wir noch nicht gelernt oder noch nicht herausgefunden und hier briefe aufzeichnung mit null prozent notizbuch ok warte hier ist story relevant ich glaube wir kommen hier gar nicht durch also bis hierhin aber wir kommen hier nicht kann man markieren kann man kann man nicht markieren wie markiert man man kann hier nicht markieren doch man konnte doch hier markieren ok nur ziel setzen wenn man da drauf geht ok aber nicht hier also wir müssen runter dann nach links und hier hin halten da ist auf jeden fall eine nebenquest ok alle ich muss jetzt wieder in der steuerung hier ich habe im privaten sehr sehr oft monster hunter rice gespielt da ist dass das das rennen ist er gedrückt aber eher eins gedrückt halten das kampfsystem ist halt noch ein ganz anderes was man halt viel mehr mit mit dreieck und kreis angreift und x ist halt bücken oder getarnt sein aber hier ist es ja eher zu merken so leichte angriffe mit viereck und schwere angriffe somit dreieck beziehungsweise special ich habe nichts gemacht ok die zellen zu einer nebenaufgabe ok 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 wie ist das neue mic von marco so habe nur das auspacken video davon gesehen das problem ist marco hat zwar ein usb mikro es ist aber nicht kompatibel mit der ps4 ich habe ja damals auch ein newer irgendwas irgendwas keine ahnung xlr mikro gehabt und ich wusste halt nicht den unterschied zwischen usb und xlr so das merkt man halt vom anschluss halt der und xlr ist halt hier mit mit phantomspeisung und mit einem mischpult und dies und jenes und hat besseren klang vielleicht also dort das auna ist aber kompatibel mit der ps4 das heißt einfach in usb schlitz einfach rein und dann in diesen audio eingang mikrofon wählen und das geht dann halt marco hat halt ein relativ no name produkt von url war das und er hat mir halt privat geschrieben es lässt sich nicht kompatibel machen mit der ps4 nicht so scheiße naja gut jetzt hat marco und mikrofon arm er hat ein pop schutz er hat ein neues mikrofon aber es ist nicht kompatibel mit der ps4 das heißt ja marco will ja über remote und muss dann halt das mikrofon über laptop und alles machen nicht so marco weißt du wie komplex das dann wird wenn du ps4 party machen willst weil du brauchst halt noch so ein zwischensplitter stecker den habe ich bei mir halt auch irgendwo dort damit halte die party das mikrofon hört aber auch während du live bist der stream die shirt und dann gibt es halt noch so einen anderen zwischenstecker damit du auf auf discord irgendwie auch noch mit den leuten dann auch reden könntest und alles und ja das ist bisschen komplex oder somit ps4 party und ein mikrofon über laptop dann schwierig also ich hätte marco empfohlen er das unamik das kann ich halt jeden empfehlen der halt neu anfängt zu meiner zeit damals vor zwei jahren hat es mich gekostet ich glaube das war eigentlich ein 100 bis 86 euro ich habe aber bezahlt 67 damals über ebay und habe dann den mikrofon abend oder so extra gekauft also dort für 10 euro oder irgendwas war das wir haben 20 55 das klingelt bei uns einer klingelt dann an einem freitag um diese uhrzeit okay mein bruder macht auf egal dachte er wüsste es vorher schon nee dem war das nicht das heißt nicht bewusst wenn du dich halt nicht so wirklich auskennst oder somit kompatibel auf der playstation welche mikrofone gehen und welche nicht woher soll man es halt wissen ich wusste halt von kollegen beziehungsweise von einer freundin die auch das auna hatte und halt damals der kumpel oder so aisy hat er halt auch eine uhr und hat halt auch über die ps4 gestreamt das war halt kompatibel damit so ist halt bei mir wusste ich das halt und ist aber auch ein ganz anderer klang wenn du ich glaube bei der ersten folge witcher hatte ich das anfangs headset dann ab der mitte von witcher hat man dann halt bemerkt dass ich über die ps4 das unamig dran gemacht habe und erst in den letzten sachen habe ich halt so wie ich es jetzt habe mit filter und allem ein bisschen bass lastiger was ich halt ein bisschen besser halt anhört ja wie soll es auch so gehen ohne die plugin über pc es geht auch so wie gesagt dieses auna usb anschluss an die ps4 audio eingang mikrofon wählen fertig jetzt was du hier auf hast also dort ist dann halt audio ausgang aber alle mikrofone sind halt nicht kompatibel mit der ps4 das ist musste der marco halt erstmal testen und marco wollte halt ein günstiges mikrofon haben und das unamig kostet jetzt oder hast also wenn du jetzt auf ebay guckst das unamig 900b oder so ist das glaube ich das kostet zwischen 37 bis 44 also von daher hätte marco halt auch ein günstiges gehabt das erste was ich mir bestellt habe damals war ein xlr von uhr und war 24 euro und da gab es halt noch nicht die sachen die es halt heute gibt an mikros es gibt halt blue yeti es gibt so viele gute usb-mikrofone die halt wirklich einen guten klang haben und ich brauche dafür nicht dass das schuhe so und so oder road broadcaster und so sachen ich bin mit dem ganz zufrieden was halt dort geht aber das ist halt auch immerhin kompatibel noch intern mit ps4 streams wenn du halt intern mit ps4 streams kannst du das hier anschließen das ist kein problem aber ja der marco musste sich halt auch damit befassen mit den ganzen sachen das ist halt so ein technisches verständnis ist halt schwierige habe ich halt auch am anfang so probleme gehabt also du brauchst ja irgendwie ein bestimmtes plug in du brauchst irgendwie eine oberfläche wo du dann halt das mit dem mikrofon einstellst und was da alles dazugehört und wenn du dieses know how nicht hast schwierig da kannst du halt nur tutorial videos angucken und dann gucken und ich informiere mich halt lieber etwas länger habe dann aber auch das was ich halt brauche und benötige also das unamik ich habe hier die cam oder so sieht man unten in der info ist eine recht gute cam wo ich auf 1080 stellen kann ich habe hier die hd 60s capture card reicht mir auch völlig dafür so welche aufnahmen und sowas aber damit musste ich mich halt auch selber erst mal befassen war nicht von einem neuen setup über pc die rede oder habe ich das nur falsch verstanden ja nee der marco wollte über sein laptop über remote das machen du kannst ja auch wenn du ps4 intern scheiße findest aber nicht das geld hast für capture card wie willst du dann halt auch das spiele capture und das gibt halt die methode über remote und ja dann hast du halt ein laptop du hast dann halt das das ps4 remote was du herunterladen musst dann kannst du halt das spiel auf dem laptop sehen es ist kein wirkliches delay oder so dort aber da hast du halt auch die ganzen normalen funktionen die halt auch bei anderen capture karten theoretisch wären so über remote einzige problem ist halt dass es leicht instabil ist wenn halt internet bisschen kacke ist über wlan wird es halt nie nutzen und die problematik ist du brauchst halt auch ein studio und ohne studio schwierig obs ist die kapazität nicht vorhanden bei marco das heißt er braucht windows 10 der laptop hat glaube ich windows 7 kann er nicht nutzen deswegen und das eins andere ist halt twitch studio das würde noch gehen und da ist halt ein upload keine ahnung von wie viel zum streamen und damit kam der marco am anfang eher zurecht aber der marco braucht halt ja längere freizeit um das halt alles in ruhe zu machen wenn aber der braucht jetzt erstmal eine stabile internet leitung momentan ist durch vodafone alles am arsch also marco hatten geringeren upload als als damals zu meinen zeiten das ist halt richtig kacke der marco streamt und direkt auf 360p gefühlt das ist ja kacke also im normalfall wenn der halt nicht mehr eingeschränkt von ps4 sein möchten das war ja bei mir so der fall habe ich erst mal die audio verbessert also mikrofon a unamig haben mir halt eine freundin empfohlen und der kumpel und das war kompatibel mit der ps4 ich wollte weg von internen streamen und habe dann geguckt also welche alternativen es gibt mit capture karten habe damals für 12 euro eine capture card gekauft die ist kompatibel mit ps3 und alles darunter aber die liefert halt nicht das bild was ich gerne hätte so und bei ps4 hat bisschen schwierig und die hd 60 war damals noch zu teuer für mich die war 180 euro und bei der cam habe ich damals auch keine gebraucht so da habe ich erst mal später gesagt ja gut erstmal gucken also dort eine die halt das bild liefert was du halt haben möchtest und selbst wenn das halt auf 720p ist mit 60 frames also dort völlig in ordnung diese aber jetzt auf 1080 30 frames reicht auch völlig also dort man sieht nicht wirklich so verwackler so das ist man so macht da sieht man zwar hier diesen grünen schimmer wegen green screen aber aber sonst sieht man halt die gleiche bewegung wie wie sonst auch und der pc war auch nicht teuer also heute würden viele sagen dass bord dirk also sorry dass du so billow teil hast also unter 1500 würde ich nie machen und ich so ja ich brauchte bei mir kein gaming pc oder sowas ähnliches ich brauchte einfach nur ein pc der amd 5 hat oder eine intel core intel core 5 alles darüber intel core 9 oder amd 9 oder beste grafikkarte ist nur gut wenn ich auch über den pc spiele aber ich capture sachen nur und ich habe den für andere sachen dort also für das ganze drumherum setup gedöhnt und einstellungen von anderen sachen aber ich spiele ja nicht über steam spiele sondern alles über ps4 und so das oder die retron halt deswegen habe ich gesagt oder so kommen ich kaufe mir den pc der hat mich damals gekostet 680 und dabei war halt eine grafikkarte irgendwas wega so und so eine amd 5 reicht mir völlig für das was ich halt brauche oder benötige reicht mir das halt völlig weil spielt keine games auf dem pc so wirklich und selbst wenn ich mir das halt auch völlig nicht auf den höchsten einstellungen es hätte auch darunter gereicht ich hätte aber auch mehr investieren können aber warum plus war in dem paket halt noch ein bildschirm den ich hier auch dabei habe ist halt irgendwie von 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 was steht unten handspree das kann billu bildschirm sein reicht mir oder so weil ich vorher nur den fernseher hatte kein bildschirm dabei so und der ist halt dabei gewesen tastatur habe ich mir dazu gekauft für 10 oder 15 euro oder so dort ich habe eine maus noch dazu gekauft habe ich halt ja ich habe schon investiert aber das hat halt auch ein halbes jahr gedauert bei mir immer so im monat ein bisschen zurückgelegt und manchmal kam halt was dazwischen und dann habe ich geguckt priorisiere erst mal eins nach dem anderen und und dann guck erstmal ob das halt gut klappt das problem ist halt mein kopf will manchmal alles auf einmal machen also ich will nicht erst in zehn jahren die ergebnisse ich möchte ihm manchmal jetzt direkt haben und ich muss mir aber trotzdem zeit geben und deswegen geht gleich mit dem spiel weiter und deswegen habe ich gesagt nein dirk lass dir erstmal damit zeit und guck erstmal priorität was du halt haben möchtest da dieser ganze stress und streit also damals in dem team dort war dass ich einfach nicht ernst genommen wurde weil ich über die ps4 gestreamt habe und ich einfach so scheiße eingeschränkt war weil spiel ist abgekackt stream ist auch abgekackt das ist halt das problem auch gewesen und du hattest zu wenige möglichkeiten so ich kann jetzt so einblendungen hier machen und dies und jenes das ist das hattest du damals zu dem zeitpunkt oder so nicht gehabt hätte ich das wissen von heute dann vielleicht aber ich wäre eingeschränkt in dem was ich gerne machen würde so sollte das problem du kannst sogar und stream könntest du theoretisch auch spotify laufen lassen auf der ps4 aber dort ist halt dann direkt schon eine warnung kannst du nicht laufen lassen weil wegen blablabla copyright und so und so normal privates spielen kannst du machen aber sobald der stream läuft kannst du keine zugriffe auf spotify oder so machen wegen musik und dies und jenes und ja also der marco musste sich halt lange damit beschäftigen und ja das ist halt für mich komplex als als noob aber für marco ist das halt überfordernd also wenn der marco jetzt ein pc in seinem zimmer hätte mit dem bildschirm und alles er müsste erstmal wissen wie man was anschließt wie man was irgendwie programmiert und wie man die programme macht und wie man gewisse programme halt installiert so das überfordert ihnen weil der ja man ist ja nicht so aufgewachsen mit einem pc direkt ja 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 die kaserne der schienzgumi liegt im westen der show dort hat kein gutes wort für sie übrig aber ich gehe einfach daran vorbei da sind knarren also wenn ihr wenn ihr meinung von mir wissen wollt gegenüber streamen wenn leute sagen also streamen ist das einfachste ever in der theorie wenn du halt auf auf wenn du so streamst über über handy kannst du streamen du hast halt möglichkeit über einen laptop zu streamen oder halt über pc es muss kein wirklich guter sein muss halt nur ja die sachen halt haben die halt wichtig sind für die gewissen programme und du brauchst halt ein ein programm wie obs oder streamlabs obs oder xsplit oder twitch studio oder von wie heißt das von stream elements gibt es halt auch so ein irgendwas studio und damit muss sich das erst mal befassen oder und das ist halt ja ganz ganz schwierig kam am anfang super gut klar mit streamlabs weil das halt sehr sehr benutzerfreundlich ist du hast halt alles auf der seite gehabt mit alerts und muss es nirgendwo zugreifen und es war alles intern dort aber es war alles kopiert und geklaut und der konzern der seit streamlabs oder so ganz in die tonne schmeißen habe ich mich halt distanziert von streamlabs und obs macht halt vieles richtig durch plugins kannst du halt viel mehr machen ich habe auch keine wirklichen ja internen abbrüche wie das halt damals zu streamlabs noch war weil oft war das halt im roten bereich und im orangenen bereich so komisch hier sowas von selten außer wenn halt internet kacke ist dann habe ich da keinen einfluss darauf aber ja ich hoffe es halt dass er marco irgendwann so aufgerüstet ist oder ausgerüstet ist was streaming angeht oder so wie bei mir aber ja der marco möchte viel verändern und schnell verändern und der marco sieht ja auch an seinen kollegen oder an mir wie etwas geschehen kann und natürlich bist du dann halt in der lage oder bist du dann halt ein mensch du hättest schon gerne das was diese person hätte nur halt mit mit deinem merkmal in dem sinne und ja es ist schwierig wenn du das finanzielle halte einfach gar nicht stimmen kannst also marco kann ich einfach im monat sagen also kommen 200 euro oder so beiseite legen so für normale ich sag mal normale leute so als halt null vergleichen leute die gut verdienen da sagen diese ach komm beiseite legen 500 euro und dann habe ich innerhalb von drei monaten oder so richtig gutes equipment mit allem drum und dran ich habe für mein equipment oder so ein halbes jahr gespart immer mal wieder so und ich habe damals über twitch das twitch geld kam bei mir alle sieben monate wenn überhaupt alle sieben monate so 90 euro oder 100 euro vielleicht wenn es hochkommt so schwierig aber das habe ich halt auch dazu gerechnet um da ein bisschen andere sachen zu kaufen oder so dafür ich habe nach und nach so ein bisschen aufgerüstet ich brauche jetzt nicht irgendwie eine bessere grafikkarte aufzurüsten oder eine amd 9 oder oder weiß der geier so sachen wenn ich halt ähnlich mit dem pc spiele der pc der ist für das gut was er ist es hätte aber auch ein laptop gereicht also dort aber ich habe mit denen halt funktionen die ich halt vorher nicht machen konnte also ich hatte ja vorher nur die playstation und das war's und mein mein tablet oder handy und da kannst du viele funktionen hat gar nicht machen sonst hätte ich angefangen also erl streams auf dem handy zu machen und selbst für das ist halt früher hattest du nicht die möglichkeiten wie wie jetzt mit ihr l streams also heute kannst du das halt anders laufen lassen als damals ist ja uns gesehen so dreck jetzt sind wir am arch ist bisschen komplex also man denkt immer das wäre so ein bisschen einfach oder so einfach hier die steuer hinter dem pc zu hocken und dann einfach so drauf los zu streamen macht das einfach mal selber die erfahrung ist doch am anfang auch das wäre easy peasy ja so mit der zeit am anfang hast du richtig bock und das machst du halt einfach einen monat und dann stresse du dich manchmal selber dass du da irgendwie ich an zeiten halten willst und willst du den leuten irgendwie du willst die leute nicht enttäuschen und willst die leute auch irgendwie bei der stange auch halten und irgendwas bieten ich habe am anfang am anfang nur fehler gemacht dass ich wahllos spiele gespielt habe die mir gefallen einfach so random jeden tag ein anderes spiel und und nicht wirklich irgendwie einen eine gewisse idee was ich überhaupt zeigen will auf dem kanal das hat sich alles nach der zeit entwickelt und in den jahren dann lernte man halt auch oder so ja was was mir gefällt und was so den kanal ausmacht und was will ich auf keinen fall zeigen und was will ich auf jeden fall zeigen das war mir schon immer wichtig und beim bei marco war das hat leider immer das das gefühl dass er selbst nicht wusste was er eigentlich zeigen will oder was er eigentlich kann und machen möchte und und diese fragen die hast du halt wenn du anfängst also als streamer dann bist du halt ich habe kollegen bei mir es ist traurig die sind drei jahre länger am streamen aber die die bleiben immer in dieser position wo sie jetzt sind immer nur bei einem zuschauer sich selber und die versuchen nicht wirklich wachstum dort weil die sind mit dem zufrieden was sie jetzt machen sich selber streamen und sich selber damit zu unterhalten und vielleicht kommt der ein oder andere mal rein und fühlt sich unterhalten aber für das innere ego müsst ihr euch das vorstellen bei marco war das ja auch so ein jahr lang nie wirklich ein zuschauer immer ein zuschauer so bei beim pad auch der stream seit zwei jahren zweieinhalb jahre oder länger also der hat halt den account schon länger aber der streamt ja irgendwie seit zwei jahren und der kann mehr und er würde wenn er möchte auch mehr machen können dadurch die der könnte auch affiliate und alles werden also dort ist ihm alles bewusst oder so dort aber dann dann vergisst man halt einfach dass das einfach ein hobby ist und wenn du versuchst in diesem hobby ein beruf zu machen dann macht ihr das hobby einfach keinen spaß mehr und da habe ich mich halt auch gebremst weil es ist hobby es wäre cool eine arbeit daraus zu machen aber es ist halt nicht realistisch nicht mit meinem jetzigen was dort ist also dort da müsste ich mehr konstante oder so reinbringen ich müsste mehr content bringen ich müsste mehr werben und und vielleicht bin ich nicht dafür gemacht ist also ich bin ein kleines licht und vielleicht bin ich nicht dafür gemacht wo eben im großen irgendwie irgendwo aufzutauchen bin ich nicht gemacht da sind viele andere vor mir ist das erstmal nutzlos das mic leider ja leider ja weil marco hat auch einen älteren laptop oder marco dachte oder so er könnte ihn verbinden mit dem usb an der ps4 aber ist nicht kompatibel ich wusste nicht dass es auch mikrofone gibt die nicht kompatibel sind per usb also es kann sein dass es ein usb 3.0 ist und usb 2.0 geht halt nur an der ps4 ich weiß es nicht also die marco muss das halt auch besser erklären und ich habe ihnen das so gut erklärt aber marco hat gemeint also es ist nicht kompatibel es geht nicht leider nicht dann hätte der marco dahingehend wesentlich gute audio obwohl die ist ja nicht schlecht ihr jetzt hat in dem sinne so im vergleich zu meiner alten qualität von der audio aber ist halt schade neu in neu 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 ja ja nee ist bei mir aber auch genauso gewesen ich habe bei mir guck mal ich habe sowieso geld ausgegeben für hier so so für solche capture karten also für für retro sachen ich habe unmengen von von kabeln und und kontrollern ich habe geld ausgegeben hier kommen wenn ich retro spiele spiele oder so über steam habe ich in diesen controller für 37 euro gekauft und alles und hast du nicht gesehen ich habe hier viel aber ja doch so wenig hallöchen koinny alle ich in koinny mein lieber danke für die rede ich hoffe du hast einen entspannten schönen stream gehabt ach ja wir dürfen ein bisschen rum und erzählen über unsere anfänge auf twitch da kann der koinny wahrscheinlich auch was zum besten geben oder der slayer das sind ja beides auch leute die relativ zeitgleich angefangen haben jetzt nicht mit mir aber ob ein jahr oder anderthalb jahre später oder so haben sie angefangen und die die wissen halt auch wieder anfang ist wie schwer der anfang ist überhaupt zuschauer für sich zu gewinnen ohne von anderen graded zu werden oder sowas und okay zweimal schaut auch geht auch okay zwei mal vom gleichsten schweizer jung war ja 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 das letzte spiel war anbauen birds apart auf kein link ich weiß warum ich habe die funktion eingestellt dass nur moderatoren der broadcaster selber und vips links machen können stream elements es tut mir leid du bist kein vip ja cool geil geile werbung ja hallöchen stranix hallöchen hallöchen mein lieber ja cool dann stream elements ja anbauen world apart auf sternchen 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 auf twitch und spacey ja ich glaube ich sollte stream elements zum vip machen wie warte mal wie macht man das noch mal ich bin so dumm wir spielen gleich weiter wartet ist es noch zeit was sagt dann dazu zu der neuen schlagzeile was für eine schlagzeile was für eine schlagzeile was für eine schlagzeile was stream elements zu vip machen wie macht man das wo ist die funktion vip machen wo macht man das im profil sicherheit warte willst du denn kontakt bindung Wo stellte man das ein? Wollte man VIPs einstellen können? Rolle, ja, ah, Rolle. Rolle. Oh. Oh. ich hoffe das geht jetzt hätte es auch auch moderator bei mir oder nicht jetzt kein moderator bei mir okay ich habe ihn jetzt auf 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 dings gemacht wie also man kann doch mal kurz prüfen shoutout weil wie gesagt nur die vips die moderatoren und der broadcaster selber dürfen links machen weil ich hab dann die link protection habe ich eingestellt weil für den fall dass man irgendwie mit links umspamt oder so wollten halt nur gewählte vips moderatoren oder der broadcaster selber das dürfen ja ich muss mal selber prüfen sonst okay okay das letzte spiel war no game okay jetzt macht er den link aber das spiel war nicht zu erkennen stream elements manchmal kapper gehen und so und ja ja ich verstehe es nicht du hast kein spiel reingemacht das muss doch trotzdem aber gespeichert sein von davor es muss aber trotzdem gespeichert sein von davor stream außer du hast halt nach dem stream machst du dann das spiel wieder raus also in der spiel in der stream beschreibung weil du kannst das ja auch über stream elements und sowas sehen das letzte spiel was du gespielt hast war und dann ist das ja da stehen da muss nichts anderes übrig stopfen wir dem das keller's maul okay bin ich hier meine weste nehmen oder so in dieser angelegenheit gibt mir gar nichts an also lass mich vorbei also ich dachte gerade weil der coin kurz hier war wegen dem raid weil wir gerade geredet haben über anfänge auf twitch dass er ja euch erzählen könnte oder so kurz beschreiben könnte wie sein anfang hier war ich habe von vielen den anfang hier miterlebt und wirken wirklich von von den kindheitsschuhen bis aufgehender himmel so miterlebt und ich weiß dass bei vielen so der anfang alles andere als einfach war was ich nie so mochte waren leute die sich halt nur eine community geschaffen haben indem sie halt immer von anderen oder so die zuschauer abgegriffen haben und keine eigene community bekamen so und das wollte ich halt nie machen also es war schön wenn man rates bekam aber ich wollte mir immer eine eigene community mit schaffen mir ja dank ich jön 23 monate dankeschön dünn 23 monate wahnsinn bret lachen des malig bleibt wie du bist dierky 8 kürbiler dankeschön mich ja ja bleibt wie du bist ja ja danke mache ich ja auch nur du auch so wie du bist mein lieber der mich vielen vielen dank 23 monate nächsten monat da bist du zwei jahre alter schwede zwei jahres ab da braten wir doch einen storch was ist denn hier los mysteriöser man muss dann mit pitch stimme streamen dann müssten viele schnell auf dich zukommen laut vielen vorhersagen warte wie meint das büro warte musste dann mit pitch stimme streamen dann müssen viele schnell auf dich zukommen laut vielen vorhersagen und du meinst wie meinst du pitch stimme so so milchbaum oder jenian like wenn ich absichtlich meine stimme verstelle wenn ich eine rolle einnehmen oder was nie das ist nie ich glaube die die meisten leute haben halt eher ihren ihren ruhm daher weil sie eher auf der just chatting seite erkannt wurden weil dort halt viel abspielt auf just chatting leute können halt dort viel mehr oder viel eher sich finden als in einem random spiel bei jemanden oder so dort das ist halt schwierig oder du musst halt eine community haben die eine clips ständig irgendwo weiter gibt und meine clips sind einfach nicht witzig oder das ist halt so eine sache aber eine pitch pitchte stimme habe ich doch gar nicht gut da wie die zeit vergeht ja 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 fast fast zwei jahre jetzt verzerrte stimme erhöht tiefer filter etc die kann ich auch selber selber verstellen ich hab doch so eine stimme so also wenn ich jetzt dauerhaft so reden würde das würde euch gefallen oder das wäre auch gar nicht nervig finde ich also wenn ich den ganzen abend so jetzt rede und das spiel hier kommentiert und sage boah ja oh ja puh mach dich fertig du böser mann du das würde auch gehen finde ich also das wäre sehr gepitcht diese stimme ja ne muss nicht sein oder auch langsamer oder schneller aber laut vielen vorhersagen was genau meinst du büro erkläre mal wie du das meinst also was ist momentan in was ist so auch auf twitch in was ist so dieses to go um um aufzufallen 21.17 wip in neun monats abonnent neun monat abzeichen ab morgen streamte dirki 24 24 7 fort und er war das nur das geschrieben aber da war er war hast du das geschrieben eine steht ganz oben nach dem buch hoch ja stimmt ich habe wegen den rage stream elements auch im blau ist und dein name auch im blau ist deswegen habe ich kurz überlesen dann den rage ab morgen streamt dirki 24 7 fort night und minecraft wow der muss doch crazy drauf sein ich ich sage einfach mal nein nee lass mal nee lass mal also leute die die bock drauf haben okay aber nee ich bin nicht wirklich fan von sandbox games und ich bin auch nicht wirklich ein fan von von so einer art von battle royale games sowie bei fortnight und kann ich nichts mit anfangen ist halt passt halt null zu mir also jetzt ohne ohne scheiß und viele machen das halt weil sie halt entweder bock drauf haben oder das spiel genießen oder die community einfach einen leiden sehen will so deswegen muss ich immer aufpassen wenn ich so sachen nicht aktiviere oder in den kanal sachen aktiviere wie wunsch stream oder ein wunschspiel dass der zuschauer sich aber einer bestimmten kanalpunkte zahl irgendwas wünschen kann ich muss da ganz aufpassen dass leute dann nicht anfangen so okay jetzt willst du einfach mal fortnight erstens ich würde fortnight nicht ernst nehmen ich würde es auch keinen fall so spielen wie es andere spielen würden und es würde einfach null sinn machen bei mir weil ich einfach ja warum keine ahnung warum wollen dass leute sehen leute schalten dann ab die sehen oder so boah dir gespielt jetzt fortnight das ist auch so ein fortnight kiddie typie oder so nee sorry früher hast du noch content gezeigt mit retro und jrpgs jetzt fortnight was los mit dir boah du hast dich so verändert das wird kommen das passiert bestimmt und nein die 24 dahinter ist absicht mit der pflicht mit der pitch stimme dazu nein nein einfach nein büro nein wirst du nicht sehen bei mir da kannst du mir auch geld anbieten nein ich habe auch so bestimmte spiele dienen die nicht wirklich irgendwie was für mich sind deswegen durch mich sehr sehr schwer bei triple a games ich tue mich schwer bei keine ahnung ich müsste auf jeden zug aufsteigen weil es greift ja auch zuschauer ab wenn ich aber null irgendwie bock darauf habe bringt mir das gar nichts also warum auf zug drauf steigen zur zeit in cyberpunk oder keine ahnung zur zeit in elden ring wenn ich dann null bock drauf habe auch wenn das dumm ist weil auf den zug drauf steigen ist halt strategisch gesehen luk hat sich bewahrheitet auch hier aber du siehst von den leuten dann halt nicht lange was so das kann halt traurigerweise auch auch so sein bei bei leuten die halt lange zeit dieses spiel spielen und dann halt was anderes und dann siehst du direkt schon die zahlen direkt unten in den keller so dann kommen die ganzen leute die damals zu diesem spiel kamen halt nie mehr wieder weil ich habe auch zu glanz zeiten oder zu anfangs zeiten monster hunter world gespielt und hatte halt immer so im schnitt so meine 15 bis 20 zuschauer gehabt weil das leute gefeiert haben und leute halt auch gerne eingeschaltet haben so aber sobald ich dann halt sagte hier ich habe jetzt so viel zeit hier erlebt und so viel gemacht und getan und so viel ist passiert ja man hast halt nicht mehr so wirklich lust darauf ich spiele einfach mal was anderes dann hast du die leute nie wieder gesehen so von von den alten leuten aus monster hunter zeiten bin ich ehrlich habe ich hier in dem im chat keinen gesehen der da erst zugeschaut hat und der jetzt heute noch hier ist also von daher ist es halt auch sehr sehr schwierig wenn du halt auch sons of forest spielst und du lernst halt leute kennen du musst halt wirklich sehr sehr charismatisch sein dass die leute halt an dich bindest sobald du aber dann halt anfängst diese spielreihe aufzuhören und dann ein neues projekt anfängst nach und nach oder so gehen die zahlen halt runter vielleicht auch dahin ja also du wirst es halt schon merken so das ist halt bei jedem schon passiert bei jedem kollegen ist das schon passiert aber dirk ihr was meinst du als streamer findest du es in ordnung wenn ich in meiner community zwei spiele vorschlage und sie entscheiden lasse was ich als nächstes zocke im stream das ist was anderes weil du ja die spiele entscheidest und du den leuten halt ein eine wahl gibst entweder oder ist was anderes als wenn du sagst oder so wahllos ihr dürft entscheiden egal welches spiel und du musst dich darauf einlassen du musst aber auch hoffen dass diese person die das halt verursacht hat auch dabei ist und das halt auch gucken möchte sonst hast du halt einfach nur irgendwie naja vielleicht hast du den besten spaß den man haben kann also es ist halt du wirst nicht viele verlieren du wirst vielleicht auch spaß daran haben viele haben es halt gemacht und haben halt heidenspaß gehabt es kann aber auch nach hinten losgehen wie jetzt marco spielte outlast und man merkte hat er keinen bock gehabt und du hast es direkt spürt und gemerkt wenn du halt nicht irgendwie 100 prozent hinter etwas stehst du wirst es merken du wirst es direkt merken und keinen bock hast dann als zuschauer hast du keinen bock das anzusehen lange fallgeist geht auch noch weil der marco das auch spielt und da willst du sehen wie dieses knubbelige wesen also ja ja also für so multi player spiele kann das verstehen aber ich habe human fall flat damals gespielt ich habe aber jetzt nicht so spiele gespielt wie gangbeast war glaube ich auch so was man hätte spielen können weil es auch so diese knubbeligen wesen sind ich connecte zu wenig wie gesagt ich ich bremse mich selber aus diese keller die knarren gesehen aber keine sorge wir bringen ihn gleich um die ecke du kannst leuten dann aber auch nicht böse sein wenn sogar der channel so heißen würde und du dann aus dem nichts was komplett anderes machst oder kommt schon vor also es gibt leute die haben im namen irgendwas mit retro und es kommt halt nur triple a games raus die überhaupt gar nichts mit retro zu tun haben aber hauptsache der name ist halt programm und dann gibt es leute die haben halt der name ist programm so dann hast du so lachen so leute die heißen irgendwas mit lost oder hier so lost kitten oder der verpeilte dud oder so da ist halt programm der namen ist programm bei mir ist einfach ich war einfallslos wie willst du heißen auf tisch sport das muss irgendwas eingängiges sein ich wähle einen namen wie zu icq zeiten ich war dumm aber jetzt nach vier jahren den namen zu verändern ich glaube das würde so ein bisschen verwährung anstiften weil ich sehe es ja auch bei manchen kollegen oder so die ich in meiner liste habe und ich so hä warte mal der name der ist mir gar nicht bekannt warum habe ich den dann ein follow da gelassen hä ich gucke da irgendwie drauf ach das ist die person oh gott ja also das kann halt auch passieren welcher name wäre dann passend kommt ihr dürft einfach mal in den raum werfen nehmt auch einfach mal so nach dieser erfahrung die ihr mit mir gemacht habt welcher name wäre passend ich ahne schlimmes und bitte nimmt nicht wirklich meinen namen wie dirki ich weiß das ist dirki weil dirki so mein name aber einfach random einen namen ausfallen also denkt euch einfach mal einen namen aus der zu dem kanal passt und zu dem was ihr seht ich ahne was ganz ganz schwierig ist ja der einfallslose dude klingt doch super jaaa psychologen nugget 84 könnte schwierig sein psychologen nugget ich weiß woher es kommt aber mein Programm ist ja nicht wirklich, dass ich halt wenn dem so wäre, dann müsste ich ja so Just Chatting Streams machen wo ich halt irgendwie mit euch Aufbauseminare und sowas mache oder über Erfahrungsberichte rede über Psychologie und Anwendungen und alles rede das ist ja oft ist das einfach nur ja ich habe da keine Worte für, ein versautes Nugget versautes Nugget würde würde Klicks bringen ich habe da keine Worte, weil eigentlich passt dieser Name alt auch aber in einem ganz merkwürdigen Kontext es ist halt wie wie damals bei saftiges Gnu und hier wird man wahrscheinlich auch irgendwie anders denken über mich bin nur verpeilt ich weiß was ich tue nur verpeilt nur verpeilt als Name was bin nur verpeilt ich weiß was ich tue was mit Ruhe das ist kein Grund so einen Aufruhr zu veranstalten verstehen wir uns aber ich war damals einfach selbst Kevin mein damaliger bester Kumpel oder so war mit seinem Namen Eisbein weil der gerne Eisbein ist hatte viel mehr als mein Name Dierki ich bin halt Dierki das ist halt ja wenn du anfängst auf auf Twitch dir einen Namen zu machen dann nehme einen Namen oder so der der dich repräsentiert irgendwie oder der irgendwie witzig klingt oder wo man halt weiß wenn ich ihn finde den Namen der ist halt einmalig so google den Namen ob es den irgendwo gibt irgendwie in den Social Media weil du wirst halt irgendwann bemerken dass viele diesen Namen nutzen und wenn ihr bei mir guckt irgendwas mit meinen Namen eingeben mit Dierki dann siehst du jetzt mehr Namen die mit Dierki irgendwie anfangen als vor vier Jahren da war ich einer der wenigen der noch Dierki heißt so Dierki hießen damals keine so wirklichen heute vier Jahre später zehn 15 andere Channels die Dierki heißen die Zahl ist halt nur der Unterschied dass die 84 oder so aber andere heißen Dierki 90 Dierki 907 oder so Sachen wie lange kann der Name sein ich glaube 20 Buchstaben 20 oder 22 ich weiß nicht schon lange oder oder Micha weißt du das irgendwie aus dem Kopf wie lange der Name sein darf also Buchstaben mäßig schon lang Mr. Retro 84 ne also die 84 muss nicht im Namen sein die 84 muss nicht im Namen sein 84 ist einfach so ist aus meiner Skype Skype ICQ Zeit oder so dort so hat man sich damals angemeldet User XY mit den und den Namen weil ich damals ja nur Zuschauer war und ich habe hier angefangen ja als Zuschauer nicht als Streamer und mir war nicht bewusst dass ich mit meinem Namen dann halt auch den Kanal repräsentiere dann hätte ich vielleicht anders gedacht dann hätte ich mich genannt keine Ahnung du mir muss doch was einfallen schwabbeliges etwas keine Ahnung Mr. Retro Boy Mr. Retro Boy Boy mit B-O-I Boy schreibt man aber B-O-Y Mr. Retro Boy warum steht dort jetzt ein Link als Name wegen Punkt ohne Leertaste du musst eine Leertaste nach dem Punkt machen ja ja du musst eine Leertaste Leertaste machen nach dem Punkt dann wird das alles Link aber da du halt VIP bist ist bei dir passiert halt nichts du bist VIP bei anderen wäre jetzt Sternchen 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 VIPs Moderatoren und der Broadcaster dürfen Links machen alles andere habe ich halt ausgestellt so für den Fall weil ja im Laufen ist es noch nicht Hopfen und Malz verloren wie wir heute auch so viele vom Spiel gesehen haben es tut mir so leid es tut mir so leid es ist ein wahnsinns geiles Spiel glaubt es mir aber Freitag ist es manchmal ein bisschen chaotisch weil ich halt noch mit dem Chat interagiere beim ersten Anfang dort da habe ich mich halt mehr konzentriert auf das Spiel noch und jetzt im Stream ich muss eine Balance finden so Live Let's Play ist total schwierig für mich es ist total schwierig ich kann das manchmal nicht ja Retro Boy ja ich glaube mit Retro gibt es halt schon so viele deswegen der Danny der hatte damals aber auch halt gut überlegt und mit seinem Namen Danny Daddl weil man daddelt und daddeln war halt der Begriff oder so wenn man halt gezockt hat und das passt halt zu dem Zeitalter deswegen optimal sein Name damals gewählt und ich habe damals ja auch angefangen auf Twitch um einfach ein normaler User zu sein als Zuschauer so Dankeschön für die 100 Beats Micha Dankeschön Lichten Strebje was Retro RPG Jung ja 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 okay kenne ich nicht anders am Freutagabend ja ja schwierig aber ich könnte auch keine Live Let's Plays so machen so wirklich ich mache normale Let's Plays dann irgendwann aber aber live Let's Plays schwierig weil ich ich möchte halt schon mit dem Chat so ein bisschen interagieren dabei schwierig viel reden wenig Gameplay gezeigt dafür schon zwei Stunden wieder rum ja ist auch gut du hast ja recht soll ich etwa gar nicht auf den Chat eingehen dann fängst du wieder an mit lies mal oben die Nachricht das hast du nicht gelesen ich muss jetzt extra einen Sound triggern damit du meine Nachricht halt liest du fühlst dich aber dann ausgegrenzt das merke ich das tut im Herzen weh aber okay gut es kann halt passieren dass man halt ein bisschen schwafelt und dann ja das Spiel nicht wirklich dann zeigt obwohl ich das Spiel zeigen möchte du willst nicht aufhalten versuch's doch dein Grote gleich feindselig zu werden wenn ich dir einen Kragen wollte hättest du das schon gemerkt weißt du ich bin Händler ich sehe es als meine Aufgabe an faire Deals zu schließen die alle Beteiligten glücklich machen du bietest mir einen Deal an jetzt geht er toll na super meine Männer und ich haben hier einen bescheidenen Laden am Laufen wenn du so freundlich wärst mir zu folgen erstmal so in zwei Frames oder so dir folgen ja okay ein Händler mit Zugang zu massenweise Schusswaffen hätte ich umgehen zum Feind gut reden wir er zeigt mir wahrscheinlich jetzt einen Laden wo ich Waffen kaufen kann auch Fragezeichen deswegen wohin auch der Gag mit dem Podcast Channel was ja nicht verkehrt ist weil guck mal unten hier auf Twitch kannst du ja sehen da kannst du ja hier hier was schreiben so was man halt erwartet und dann siehst du ja auch Podcast Streamer das heißt du erwartest halt auch ab und an dass halt auch über gewisse Dinge schwattroniert wird und geredet und geschwatzt wird so lang und ausgiebig Hallöchen Astro man Hallöchen ach du hast es getriggert ach so Hallöchen ich dachte gerade hä wer triggert denn da was äh hier gibt es keinen Längen Limit für einen Podcast nö gibt es auch nicht da kannst du halt auch sechs Stunden lang durchmachen aber ich müsste manche Sachen halt auf Just Chatting aber irgendwo habe ich Angst auf Just Chatting zu gehen weil Toxic ich mag Just Chatting nicht wirklich also zum Zuschauen wirklich gut aber selber da drin sein in Just Chatting und Zuschauer und so gibt es nicht einfach Kategorie Podcast müsste es doch geben Kategorie Podcast oder sowas es gibt ja auch Kategorie Basteln hier führe ich meine Geschäfte durch wir haben uns noch gar nicht vorgestellt mein Name ist William Bradley wie heißt du ich bin mir nicht sicher ob ich dir meinen Namen nennen will Geschäftsverhandlungen beruhen auf gegenseitiges Vertrauen mein Freund brauchst du mir nicht zu sagen mein Informations Netzwerk ist hervorragend also werde ich deinen Namen so oder so erfahren Saito Hajima Saito Hajima also sehr schön ich setze ihn auf die Liste ja ich muss ihm diesen Namen halt weil ich bin ja hier geläufig als Saito weil ja der Name Rioma wegen dem Vorfall ist vielleicht nicht so gut also den richtigen Namen hier zu wählen ja geht klar Boys sehr erfreut deine Bekanntschaft zu machen Hajime kommen wir zur Sache es ist mir ein Anliegen dass du vergisst was du gerade an jener Straßenecke gesehen hast normalerweise würde ich deine Stille mit Gold aufwiegen aber ich habe das Gefühl dass sie könnte dir eher dabei helfen deine Lippen zu versiegeln was eine Pistole was für eine so ein feines Schießeisen wirst du sonst nirgends im Land auf der aufgehenden Sonne finden ich verstehe du willst mich auch nicht bestechen sondern mich zu einem Kompliz machen schließlich könnte ich immer noch singen nachdem ich dein Geld genommen habe aber mit dem Ding in meinem Besitz müsste ich mich dafür verantworten ich sehe schon wir verstehen uns Hajime dann wird diese Verhandlung auch gar nicht lange dauern nie vor euch zu verpfeifen das hier brauche ich nicht ich habe meine eigene Schusswaffe du bist bereits scharf bewaffnet ich habe den Eindruck wir könnten dicke Freunde werden du und ich es gibt die Kategorie Talkshow und Podcast oh achso ja stimmt gibt es aber ich glaube das macht halt keiner so wirklich hier auf Twitch also wenn man Podcast halt macht dann geht man glaube ich nicht in die in diese Kategorie dort aber ja theoretisch Podcast Talkshows aber ich bin dafür nicht gemacht ich bin halt Gamer ich bin halt ein Spieler und quatsch halt einfach so viel rum ich kann nicht einfach wie oft bei Just Chatter einfach gar nichts machen nur hocken und dann quatschen mit euch ich muss irgendwie an was rumspielen ich muss einen Controller in der Hand haben oder so oder irgendwie ein bestimmtes Thema lange und breit erklären können so wenn ihn versteht was bezweifle ich wenn das alles ist was du mir was du mir zu sagen hast sind wir hier fertig ach schade dass du schon gehen musst Boss was ist William und dann Knarre weil Billy the Kid wir hätten das eine Anspielung auf Billy the Kid wegen William achso was kommt jetzt Verzeihung aber es scheint als wären wir hier doch noch nicht fertig eine Kleinigkeit wäre da noch bevor ich dich gehen lassen kann noch so ein Deal yes du bist Saito Hajime Gast in der Taradaya Herberge drüben in Fujimi Gerüchten zur Folge bist du außerdem ein Biest mit einem mit einem Schwert ein Biest und dazu bist du ein Mitglied der Shinzen Gumi ja da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt du hast mich beschäftigt gehalten während deine Männerinformationen über mich gesucht haben ja ich nehme es mir nicht übel ich weiß nur gern mit wem ich Handel treibe hm doch es gibt auch Informationen an die ich mich in all meinen Quellen nicht komme hast du schon mal von der Huayama Gesellschaft gehört Huayama sorgt mir nichts ach das dachte ich mir schon fast das ist der Name einer Gruppe Diebe sie haben einen Mann umgebracht der wie ein Bruder für mich war ich agiere nur aus einem Grund hier um Informationen zu sammeln damit ich an jenem einzelnen dieser scheiß kelle Rache nehmen kann mein Bruder war Japaner doch er behandelte mich nie wie ein Außenseiter wie ich diesen Mann liebte und dann kam der Tag an dem die Gesellschaft hereinspazierte und ihn kaltblütig vor meinen Augen erschoss Mr. Saitoajime von der Shinsegumi gehe ich recht der Annahme dass ich deine Wege zuweilen mit denen der Loyalisten Shishi kreuzen meine Bitte an dich wenn du etwas über die Urayama Gesellschaft hörst sag mir Bescheid natürlich nicht umsonst ich habe Geld Waffen was du auch willst es gehört dir ich wähle deine Leute auch ich habe mit ansehen müssen wie ein geliebter Vertrauter vor meinen Augen sein Leben verlor ich verstehe wie du dich fühlst doch ich bin kein Soldner ich nehme kein Geld von Schwarzmarkt um ihre Toten zu rächen irgendwie müssen wir uns doch einigen können bitte Güdiger hier du es für unseren Boss wir flehen dich an er ist ein guter Mann wirklich er gibt uns reichlich Essen und Unterkunft und bezahlt uns großzügig das reicht jetzt ich weiß es steht uns nicht zu Forderungen zu stellen aber du bist deine einzige Hoffnung Saito-san können uns nur Demütige vor dir verbeugen aber wir flehen dich an ganz ruhig ihr beiden ich sehe was ich tun kann eigentlich verstanden ach ja steht der Pete nicht unter Talkshow wenn die live sind das ist ja relativ am frühen morgen da bin ich ja gar nicht aktiv Twitch am schauen das ist ja morgens schon um 9 Uhr oder so keine Ahnung weiß ich nicht könnte aber sein oder halt bei hier die die Floyds machen das auch die drei die macht auch oder wahrscheinlich ne die machen das anders da die machen das ja nicht live on stream also Rezo und der der Julian der Julian Bam die machen das ja nicht live oder auch nur unter Just Chatting ne ich glaube die machen das auch unter unter Talkshow aber ich glaube unter Just Chatting bringt das halt eher was weil Leute da eher zuschauen würden hört sich halt komisch an weil eigentlich ist die Kategorie am besten dafür gedacht so wo halt Leute dann halt auf diese Kategorie aufmerksam werden weil man halt das macht aber Just Chatting ist halt nicht umsonst Top 1 Kategorie und früher gab es das gar nicht so wirklich Just Chatting da gab es halt nur Spiele also es gab nicht diese Kategorie Just Chatting hm da war nicht so viel bei meinen eigenen Angelegenheiten außerdem habe ich von einem Kianli gehört was sich das ändert melde ich mich Hajime danke vielen vielen Dank Saito-san sag mal Boss wenn Saito-san jetzt zu uns gehört dann zeigst du ihm nicht ein paar deiner Techniken ich kann mit meinem Penis ein Helikopter machen das ist auch mal eine Idee Hajime du kriegst zwar eine Schusswaffe bei dir aber wie geschickt bist du im Umgang damit ich kann dir zeigen wie geschickt ich damit bin wie geschickt ich bin schwer zu sagen ich ziele und schieße einfach so geht das aber nicht bist doch kein Bengel mit deiner Steinschleuder Pistolen sind Kunstwerke äh puff äh puff äh puff ja ich gebe all meinen Jungs Schusswaffen aber die richtige Technik ist es die eine am Ende den Kragen rettet also lässt du sie Zielübungen machen yes was bringt es einem eine Flasche oder eine Strohpuppe treffen zu können nein mein Training ist praktischer Art obwohl er eben gesagt hat yes kann aber auch falsch verstanden werden wenn dort Talkshow steht oder der Chat aber nicht eingebunden ist bei Just Chatting aber schon ja es ist aber Talkshow und Podcast Talkshow kann ja auch keine Ahnung also selbst wenn die dort diese Spielshows machen könnte man ja daraus Talkshow machen und die machen ja auch live öfters ihre Spielshows wie bei Geogather oder äh du merkst gar nicht dass die eigentlich live sind bei einigen Aufnahmedingern dort bei einigen Sachen merkst du das wenn die halt vereinzelt LPs machen aber sonst machen die halt live Let's Play wo man nicht wirklich bemerkt dass der Chat halt äh viel erwähnt wird so wie ich das jetzt hier mache oder du schneidest das halt raus oder sie schneiden das halt dann raus oder du gehst halt nur ganz kurz darauf ein aber das ist halt auch der Unterschied zwischen einer ganz kleinen Community und einer wo dann halt 4000 Zuschauer sind da kannst du halt nicht den kompletten Chat lesen und jede Sache beantworten das würde mir später halt auch sehr sehr schwerfallen du willst halt alles lesen aber du kriegst es ja nicht gebacken oder so also wenn ich jetzt überlege ich hätte 1000 Zuschauer ähm du kannst halt nicht auf jeden eingehen du würdest gerne aber du kannst nicht ich bin dann schon manchmal bei 35 überfordert gewesen während Emoji only dabei der Chat weiterläuft dann schon dann schon aber ich würde dann halt euch auch einschränken damit wenn ich das machen würde so aber theoretisch geht sowas wenn man halt Live Let's Play dort macht so aber äh keine Ahnung schwierig 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 aber theoretisch ist es halt schöner auf YouTube dann zu sehen weil dann dann fragt man sich halt immer wenn ich jetzt gerade rede oder so was ist denn da jetzt so was warum ja das war immer so das Problem beim Kronk und deswegen hat er ja halt auch angefangen halt eher Live Let's Play dann zu machen und die Mods halt so unterrichtet dass die darauf achten und dass die Zuschauer halt auch dann wissen dass er nicht auf jeden jetzt eingehen kann wie vorher warum heißen wir Saitos nicht willkommen indem wir ihn zu einem Übungskampf herausfordern ich glaube bei Funk könnte man das gar nicht schaffen der Funk der ist halt so Community nah dass er halt schon viele Sachen vorlesen möchte selbst während er ein Spiel spielt weil der muss halt immer wieder rüberschauen und mit den Leuten halt interagieren weil es würde sonst nicht passen zu ihm ja leider nicht mehr zu vermeiden Emoji only bist du komplett durch bist du komplett durch bist ja aber du kannst das glaube ich auch so schalten dass halt Subs nicht davon betroffen sind oder Moderatoren nicht davon betroffen sind so also du kannst halt schon so ein bisschen einstellen oder so wer davon betroffen ist und wer nicht und ich bin ja selbst dran schuld dass ich halt auch auf alle Sachen eingehen möchte weil irgendwann fühlst du dich halt dann beleidigt und sagst also oh du hast dich mal nach 5 Minuten gemeldet oder so schön so ist halt auch bisschen schwierig ist ja habe ich auch schon zu hören bekommen oder so ich habe gerade die Zeit gestoppt oder so du meldest dich erst nach 4 Minuten und das darf nicht sein dann denke ich mir so ist doch komm doch mal vor vielleicht schlechte Idee ladet eine Pistole hat ich will dir dann ein paar Tipps geben wie du sie schlagen kannst du bringst mir bessere Schusswaffentechnik bei na gut warum nicht sehr gut ready go also wenn ich jetzt 100 Zuschauer habe gebe ich Brief und Siegel ich kann nicht auf jeden eingehen das ist nicht möglich so wenn halt noch wenig los ist im Chat dann ist es halt besser kontrolliert zu machen die Musik dabei halte R2 um mehrere Gegner zu markieren und lass los um auf sie zu schießen cool okay das ist eine coole technik das ist eine coole technik hat sie ein bisschen was von red redemption aber okay nix das aus great siehst du es steckt doch mehr dahinter als bloß darauf loszuschießen das ist jetzt irgendwie von red up redemption so ein bisschen habe mich total erinnert wenn er halt dieses adleraugen fähigkeit dings da macht dann bum 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 schuss 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 dieser slow form da muss ich dir recht geben vielleicht ist die schießkunst ja so komplex wie die schwertkünste das wollte ich hören hajime und das war erst der anfang ich werde wiederkommen wir werden dir auch helfen wo wir nur können bitte tu was in deiner macht steht um informationen für den boss zu sammeln sicher ich lasse es euch wissen wenn mir etwas zu ohren kommt ich müsste mehr revolver trainieren aber ja ich will alles trainieren das ist das problem ich danke dir die türen hier stehen dir jederzeit offen dass du es weißt oh eines noch hier unten gehen alle möglichen waren durch unsere hände meine jungs sind auch selbst händler du könntest ein schnüppchen machen sprich mit ihnen wenn du wissen willst was wir jedes was wir derzeit im angebot haben ist dann los nimmst dir aber auch immer zeit für deinen chat ja ja ist ja nicht verkehrt ist ja nicht verkehrt das kann aber störend für die sein die das spiel genießen wollen und die nicht unterbrochen werden wollen weil du halt irgendwie so also bei emotional sundays ist sowas halt störend wenn ich gerade in einem moment bin wo ich das spiel erklären will oder gerade eine situation im spiel dort bin und die leute das halt gerade sehen wollen und dann kommt irgendwie random irgendwas rein und ich bin dann halt abgelenkt und dann ich muss mich da selber bremsen gerade bei bei so welchen spielen wie an an sonntagen und da ist es kam sehr viel shit shit talk im letzten letzte woche hätte nicht sein müssen und ja man muss dazu aber sagen es guckt sich halt auch keiner so wirklich diese sechs stunden streams an ich hätte gestückelt dann vielleicht oder so in halb stunde ich muss mal gucken wie mir überhaupt let's place gefallen wenn ich die selber mache und dann kann ich ja erst sehen also ja wie das halt im allgemeinen bei mir so funktioniert was ist der sinn danach steht ein wenig zu plaudern ich habe damals ja auch gerne so kooperations streams gemacht beziehungsweise kooperations let's place oder so auch mit marco gemacht aber jetzt ist es halt ja komplex also weil ich jetzt nicht mehr intern über die ps4 und nicht mehr auf party angewiesen bin sondern er dann über discord mit marco reden müsste und alles und es kommt halt schöner rüber ja wenn marco auch das gleiche spielt wie ich und dass man halt marco seine sicht sieht und dann halt meine sicht das ist halt ein bisschen komplexer weil marco halt eingeschränkt leider dann ist so wie ich mich halt damals gefühlt habe habe ich irgendwie eingeschränkt in dem gefühl weil ich halt nicht das machen konnte was andere machen konnten ist halt bisschen schade kenne ich auch andersrum hallo seid ihr noch da ihr schreibt gar nicht gar nichts mehr eine stunde vorher noch heute und wollen wir endlich alles durch spielen das heißt ich werde nicht wirklich auf den chat achten okay das habe ich noch nie bemerkt also dass bei den leuten das so ist ich gucke aber auch wenige live let's player was das angeht also musician oder looks like link da gucke ich halt ab und an mal rein aber die machen ja auch auf youtube sehr sehr viel eigene let's place und sonst halt bei krank und so ja so eine gute mischung aus beidem ist halt gut aber nicht zu viel auf ja ich pausiere gut merke ich mir wunderbar wir sehen uns hat jimmy ich will halt beide zufriedenstellen ich will mich selber zufrieden stellen dass ich das spiel genieße ohne unterbrochen zu werden oder ohne irgendwie abgelenkt zu werden und ich will auf den chat eingehen weil ich auch möchte dass er sich halt auch wohl fühlt dass man ihn nach beachtet wie sagen die ärzte schon laser riecht nimmt im klassen reden da hast du recht ich muss mir da immer was einfallen lassen für sowas ich muss mich da ausprobieren ich habe aber immer das gefühl ich bin zehn jahre zu spät was gewisse sachen auch angeht also gerade die zeit als let's plays angefangen haben die zeit also 2009 hatte ich meinen kanal damals und ich habe aus meinem kanal damals nicht wirklich das gemacht was ich hätte machen können weil ich auch nicht die die gerätschaften hatte dafür hätte ich die gerätschaften gaben wie jetzt ich hätte das wahrscheinlich gemacht dann aber damals hatte ich derzeit 2009 was fand ich doch gerade ich hatte nur konsolen gehabt dort irgendwie was zu capturen die waren das damals möglich ich kenne das halt auch gar nicht so also es gab ja gewisse capture karten für für alte konsolen aber konnte man die damals capture 2009 gab es da schon eine gewisse capture card oder so die man nehmen konnte für ps2 games damals schon 2009 weil ich kenne halt nur viele die halt vom pc sachen gemacht haben aber jetzt nicht so wie bei mir über konsole also mit der ps3 konnte ich auch intern streamen aber und videoclips erstellen also da hätte man theoretisch was machen können aber vielleicht wäre es zu komplex gewesen damals keine ahnung ich habe meine videos damals doch aufgenommen hier über hier mit marco digital kamera bekennen doch digital kameras ich habe dann videos mit dem marco gemacht mit digital kamera das ist kann man sich gar nicht vorstellen unsere zeit der polaroid kamera und digicams wenn uns heute keiner mehr so digicams heute hat jeder ein handy und viel besserer grafik du kannst halt videos machen in bester gestochen scharfer auflösung und lange und und bei der digital kamera hast du das gefühl gehabt oder so okay 720 geht nicht aber 360 geht oder 140 p dass das geht ist schön verschwommen macht aber nix hauptsache wer an spaß gehabt eine gute freundin spielt schon seit monaten retten to ich hoffe sie ist nicht die story durchzuziehen weil immer am ende mehr gechattet wird als sie zum spielen kommt dann sind von sechs stunden stream nur zwei stunden gameplay die arme ja aber ihr kann sie auch nicht zum vorwurf machen so was das kommt halt vor gerade bei so story games ist das aber sehr sehr schwierig die möchten wahrscheinlich auch nicht den den chat im regen stehen lassen also du machst am anfang wenn du halt einen kanal machst willst du so wenig fehler wie nur möglich machen das heißt du nimmst halt jeden zuschauer auch wirklich so war und du versuchst ihn jetzt nicht so zu binden aber der erste zuschauer damals bei mir der mir zuschaute und auch fremd in meinen stream geschrieben hat das war für mich oder so erstmal so wow es ist nicht mein kumpel es ist auch keine freundin gewesen es ist eine wild fremde person die sich das das anguckt warum auch immer so das war für mich damals so weil du hattest halt damals nur meinen besten kumpel eine sehr gute freundin oder der der marco hat sich dann halt später im chat gemeldet so alles davor war er nicht wirklich vorhanden beziehungsweise hatte ich da aber schon mit anderen community ist ja gar nicht kooperiert aber die ich war auf in deren community ist halt präsent sehr sehr oft also das heißt da kannten die leute mich vom namen her aber die konnten halt nichts damit anfangen als streamer und du versuchst halt den ersten zuschauer der halt mit dir schreibt und einfach fragt ist ein tag oder wie geht's dir da versuchst du halt ein dialog zu führen und vielleicht zu hoffen oder so dass er am nächsten tag auch noch kommt oder am darauf folgenden tag oder sich das programm halt länger anguckt das weißt du halt nie das ist als das kann ich halt schwer euch erklären wenn du halt nicht in dieser materie sitzt das ist halt wie im wahren leben der erste kunde den du dann halt irgendwie wenn du sie selbstständig machst der erste kunde kann halt wirklich entscheidend irgendwo sein oder kann halt dafür sorgen dass pr gemacht wird oder das halt werbung gemacht wird oder dass der keine ahnung du fragst ihn ja wir auf dich aufmerksam wurde oder durch was oder wir jetzt zu dem kanal gefunden hat weil das halt total random ist und bei mir war das halt durch twitter und ps4 sind die meisten gekommen weil intern über ps4 werden die leute halt auch benachrichtigt gerade das spiel auch spielen dann sehen die halt user so und so spielt auch dieses spiel so dass am anfang ist das halt ultra schwierig da freust du dich halt über jeden einzelnen neuen zuschauer der reinkommt und du hast halt am nächsten tag dass diese person vielleicht auch einschaltet oder so nicht dann halt nicht aber du hast halt trotzdem oder so diese eine person im chat gehabt und hast ihr dann halt eine gewisse zeit etwas geboten ja ja ich ich tue mir das auch schon jahrelang an kapper warum warum du tun das das ist zeitverschwendung macht doch was anderes mit einer zeit geh angeln oder machen baby oder heirate pferde du kannst sinnvoll was macht aber du hockst hier und guckst dir denn die stream an was ist falsch mit dir warum tust du das macht das nicht heraus und heirate pferde william hat mir erzählt dass ihr hier unten tausch handel betreibt ganz recht wir haben so einige nützliche dinge auf lager und ich habe es auch gemieden weil heute wird man das halt auch anders machen gemieden werbung zu machen heute hast du so viele funktionen twitter zu nutzen instagram zu nutzen sogar facebook wenn du willst facebook das gott ist halt wirklich nur intern für deine community nur intern deine community die dich halt näher kennenlernen will die kennen sich untereinander und das ist halt auch schöne bindung weil ihr halt sich miteinander unterhalten können weil leute die hier jetzt sind und sich halt auch lange kennen so und dann liest man halt die gleichen namen und untereinander fragt man sich also wie es einem geht oder so dort dafür ist halt discord so gedacht damals weil halt untereinander kannst du halt mit den leuten halt quatschen und dann über über themen reden wenn du möchtest in verschiedenen kategorien gab es damals nicht wirklich die möglichkeit dass man so eine eigene seite hatte wo man das konnte so bei youtube mit diesem community tab da eine community aufzubauen youtube sind wir ganz ehrlich schwierig schwierig dass man da sich irgendwie eine community aufbaut also in der jetzigen zeit damals vielleicht aber in der jetzigen zeit schwieriger solche machen ohne dich andere schauen nicht an mich denken an dir rum spielen keine ahnung weiß ich nicht weiß ich nicht ich bin ich besonders ich bin nur so ein ganz kleines ding dort so ich bin sehr bescheiden was das angeht autowahn kostet auch viel zeit und sitzt auch dabei nur auch um so gesehen ja 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 du musst dich aber voll konzentrieren darauf das ist ja selbst das ist auch hochinteressant dass auch hier twitch kanäle also man muss halt sagen dass twitch sich so weit entwickelt hat andere würde das jetzt sagen finden die halt kacke ich finde es aber irgendwo auch schön dass es halt die kanäle oder die die variationen so entwickelt wurde dass halt auch leute die zuschauer mit auf die arbeit nehmen oder du hast hier landschaftsgärtner du hast bäcker du hast dj's die privat irgendwie auf auf partys sind du hast halt alles mögliche von verschiedenen berufszweigen lehrer habe ich hier schon gesehen und keine ahnung kindergärtner und tierärzte damals wäre es gar nicht möglich gewesen da war halt einfach nur komplett gaming komplett gaming oder so dort hast du dich nicht wirklich mit sachen befasst und ich finde es halt schön wenn du halt einfach so ein einblick in etwas bekommst wo du gar nicht so wirklich ahnung hattest so also du kennst halt wenn du youtube videos anguckst oder so wie sieht der tag aus von einem so und so bäcker gärtner maurer dachdecker so da guckst du dir natürlich irgendwie videos an und dann kannst du es halt sehen guckst du aber live zu wie jetzt gibt es halt auch einen fahrlehrer und so sachen halt ähm andere würden sagen oh ein bisschen schwierig oder so ein fahrlehrer der dann halt auch ähm äh super liebevoll mit seinen ich nenne sie mal Kunden umgeht aber auch einen Shitstorm kassieren kann auf Insta weil die sagen also es ist irgendwie respektlos wenn da seine Kunden wenn das halt Mädels sind Schätzchen Hase oder sowas nennt und das ist halt seine Art und Leute dann direkt oder so sagen nein das hat er nicht zu machen weil es gibt eine Anstandsform von so und so und das und das und äh nee weil wenn mein Fahrlehrer so mit mir reden würde oder so dort dann wäre ich schon weg oder so dort es nimmt aber der Person die Angst oder so das ist halt irgendwie eine Vertrautheit oder so so und das ist halt so seine Art also vielleicht hat er ein oder andere diese Person mal gesehen die halt auch auf Twitch unterwegs ist und ist halt ein Fahrlehrer so sieht ein bisschen aus wie Rezo ähm äh als Beifahrer versuche ich über was äh anderes die Zeit äh umzukommen ja ja geht nicht oh okay gut geht nicht dann daneben nicht genau was machen wir denn äh ohne unseren Lieblings was anderes gucken keine Ahnung weiß ich nicht Triggerfire putt wieder ja ja kann passieren äh warte warte Triggerfire ich musste mich noch mal einloggen warte ich muss vor dem Stream dich noch mal einloggen jetzt ist er connected jetzt müsste es gehen ich habe es doch gewusst ich bin von Arschlöchern umgeben ging es jetzt ich hoffe doch mal ach ja warte kurz geht gleich weiter im Spiel äh DJs von zu Hause aus auch weitermachen auch nice ja 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 natürlich Valera habe ich auch schon gesehen hier auf Twitch ja wie gesagt morgens oder so hast du halt Lehrer du hast halt Leute die dich auf die Arbeit mitnehmen und einfach ja es ist irgendwo beängstigend würden andere sagen weil du nimmst halt ein Stück von deiner Privatsphäre und opferst die halt für Zuschauer die es halt interessiert aber IRL kann halt auch genauso sein IRL ist für Leute halt du nimmst die auf etwas mit oder auf Events oder so dort und lässt die halt teilhaben daran so also live teilhaben daran ist halt was ganz ganz anderes vom Feeling her äh musste ich auch erst damit klarkommen wenn ein Eriksl die 40 Jahre schon einen Teller dreht von Gifte Zap-Bombs auf einmal redet hä ja gut aber why not wenn das Neuland für den ist wieso nicht ja das Typ habe ich früher nur live gesehen hm Erik SSL dachte mir jetzt gar nichts aber okay cool ja also wenn du morgens oder so auf Twitch schaltest oder gegen Abend es gibt so viele Kategorien oder so viele Leute die hat man noch nie entdeckt weil es auch nie ja wie sollen sie dann entdeckt werden wenn man nicht wirklich sich umschaut also es gibt so viele interessante Streamer und die halt kein Gaming Content machen und alles alles andere außer Gaming ist halt schon für den Zuschauer irgendwo interessanter Gaming kann halt jeder irgendwie du machst ein Spiel an und du spielst je nachdem wie du es verpackst das kann halt nicht jeder oder wie du halt unterhältst das kann halt nicht jeder aber alles andere so IRL oder auf der Arbeit oder so bist du jetzt irgendwie dort Bäcker oder so und so und kannst den Leuten halt von der Arbeit aus ja du nimmst die halt mit auf die Arbeit musst aber halt darauf achten dass Privatsphäre Privatsphäre geschützt ist und so Sachen das halt ja man spielt so ein bisschen mit dem Feuer aber man ist das halt bewusst dass man das halt macht aber warum nicht ich find's schön dass es halt in Twitch so viel Neues zu sehen gibt und nicht irgendwie das ständig gleiche langweilige halt dort danke Micha erneut für 100 Bits okay gut muss ich so hinnehmen wenn Micha das sagt okay danke schön okay ich bin trotzdem nicht besonders so ich bin ein anderer wenn du Interesse hast jeder dürfte etwas anderes anzubieten haben bin mir sicher dass du was davon gebrauchen kannst aber Micha du kennst das ja halt selber wir sind Leidensgenossen und und Leute die halt in einer Art ich sag schon einer Art von Depression die unter Depressionen leiden ähm oft stellen die sich halt unter die stellen sich halt nicht so wirklich da wie sie eigentlich sind sondern oft irgendwie machen die sich kleiner als sie sind auch wenn wir Großes bewältigen wirklich Großes also eigentlich könnten sich viele eine Scheibe davon abschneiden weil wir eigentlich jeden Tag einen Kampf mit uns führen verstehst du jeder Tag ist ein Kampf also gerade was wir innerlich oder so im Kopf oder so mit uns mit uns machen oder so ist es halt ein innerlicher Kampf so also man unterstellt uns Schwäche aber eigentlich sind wir stark aber du kennst das gell ist aber auch schon komisch Erik ist so alt wie mein Vater und er weiß nicht was Sub Prombs sind eine Tüte für Konfetti wohl eher ja muss man doch nicht wissen oder also wenn du jemanden erklärst der nicht aus dieser Materie ist als ich meinen kleinen Bruder erklärt habe was Twitch überhaupt ist und was halt Bits und was halt Subs und Subtrain Hypetrain und so Sachen sind und Subbombs erstmal so ok erklär mir erstmal so was genau das ist und wie im eigentlichen das abläuft oder so dort weil das halt von Plattform zu Plattform ja eh verschieden ist so bei YouTube ist das halt wenn du einen unterstützt ist halt nicht das Abonnieren das Abonnieren was wir hier unter Twitch kennen das Abonnieren ist halt hier ein Sub und bei YouTube ist das halt ein Mitglied werden wo du dann halt monatlich oder so den Support ist so das ist auf jeder Plattform halt verschieden das ist halt schwierig den Leuten zu erklären die das halt gar nicht kennen das stimmt kenne ich nur zu gut also deswegen Leute die Depressionen haben oder so die haben halt immer Kampf genau das ist im Kopf drin genau das passiert im Köpfchen ja genau das jeder Tag ist ein Kampf ja 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 Yuki hat kein Yuki hat was Yuki hat kein 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 klein klein ein einen jüngeren Bruder hab ich wolltest du keinen oder kleinen schreiben keinen kleinen Bruder Yuki hat einen kleinen Bruder der ist nur ein Jahr jünger als ich also kennst du das nicht unter Brüdern sagt man doch der große Bruder obwohl er nur Jahre älter ist und nicht groß von groß ist und der kleine Bruder weil der halt einfach jünger ist aber auch eine kleine Schwester die ist halt jünger ich habe auch große Schwestern ich 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 habe eine große Familie ganz große Familie ich habe nur nicht so viel Kontakt mehr mit meiner großen Familie weil wenn ich mit meinen älteren Schwestern darüber rede sagen die ach ja du machst dieses komische Twitch-Dings dort und so und Livestreaming und so Sachen halt dort ja so das war's du wirst nicht wirklich für voll genommen oder für ernst genommen oder so das ist halt so ein schönes Nebenhobby oder so dort aber bitte mach doch was anständiges so mäßig so wird man halt eher belächelt mein herrn ist heute bei dem Spiel geschmolzen dass ich vergessen habe bei den dünnen Blattformen runterzuspringen A-Knopf und nach unten das war aber auch so ein ein Blattforming Spiel also jetzt nicht so wie Ori aber alter Schwede da musst du aber richtig Skill haben sah schon schwierig aus also ich habe es ja gesehen im Lurk ich spreche mit einem anderen wenn du Interesse hast jeder dürfte etwas anderes anzubieten haben bin mir sicher dass du davon gebrauchen kannst hier ist mein Angebot Buch der Offenbarung Wind im Tausch gegen fünf Bärenschnitzereien gehört es dir kein schlechter Deal oder Freundschaftspreis wie der Boss dich gern hat weil der Boss dich gern hat wie der Boss dich gern hat okay ist das jetzt ist das ein Inventar mir Papier nein das Material oder halt da waren Materialien 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 wir haben heute sehr wenig vom Spiel gesehen das tut mir so leid tut mir so leid aber ja ich muss mir was einfallen lassen für solche Sachen also nicht dass ich da irgendwie einen Tag halt eher nur Just Chatting mache um dann halt euch vorzubereiten auf die Woche was noch kommt oder ich muss halt mehr Social Media nutzen andere können doch so gut und ich so na großer Bruder du bist immer da großer Bruder nene 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 aber auch kleiner als ich ja 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 mein kleiner Bruder ist halt auch ein Zentimeter kleiner als ich der große Bruder ist genauso groß fast wie ich wir sind alle gleich groß nur in der Breite sind wir unterschiedlich alle Umschalt Skill Spiel so würdest du es bezeichnen cool ja mein jüngerer Bruder ist auch kleiner mein älterer aber auch dann ist dein älterer Bruder kleiner Bruder obwohl er älter ist ja ja egal ja mein großer Bruder ist wirklich größer ja das ist ja aber du sagst das doch halt normal mein kleiner Bruder ist halt auch einer der ist halt jünger als du deswegen sagt man der kleine Bruder und der große Bruder ist halt immer der der älter ist ist auch normal und geläufig dass man das sagt oder sind das alles hier Warentausch Warenauslauf was ist das hier das ist bitte sehr habe ich das überhaupt tut mir leid aber das sind keine 5 Bärenschnitzereien soweit kann ich schon sein weißt du Bärenschnitzereien wo sind dann meine Bärenschnitzereien meine Bärenschnitzereien sind das Materialien ich glaube ja oder sind das mechanische Teile mechanische Komponente eine Aussparung Kackpulver Kalkpulver Kackpulver eine Perle Obsidian Klumpen liebreizende Komponente liebreizendes Püppchen liebreizendes Püppchen wo sind dann die Fische Ernteerzeugnisse Sake Brunnenwasser Edelsarke ich kann Ihnen Regenwurm anbieten Schnitzereien habe ich hier nicht muss man die irgendwo bekommen wahrscheinlich was mit dir ich habe diese provinzielle Dojo Zertifikat hier dafür will ich bloß 10 Aquamarine ok wow wir müssen sehr viele farmen meine Frau singt anstatt Bruder dann Schwester oder Sister du bist mein großer Schwester passt aber auch nicht es passt nicht ja du musst dann halt schon so ausdrücken du bist meine kleine Schwester du bist immer ja ok hör auf mit diesem Ohrwurm meine jüngste Schwester ist größer als ältere meiner Brüder ok ja ja das ist groß bezieht sich auch eher auf das Alter und nicht unbedingt auf die Körper ist mir schon klar deswegen habe ich es doch gesagt ich bin doch kein dumm Aquamarine habe ich nur eine Aquamarine bitte sehr ich will ganz viele Aquamarine das reicht mir leider nicht kommen mit 10 Aquamarine wieder hier die sind aber richtig selten Aquamarine Hallo bist du der Kerl ich habe 10 hübsche Pelze dabei für eine Perle gehören sie dir sollte ich einen Tauschhandel machen Pelze für eine Perle Mann bist du blöd du sollst auch mal dein Verstand benutzen komm ich mach dir das okay okay ist gut aber wir Kinder sind echt riesig alle zwischen 180 und 194 ist aber schon riesig ich bin so ein Mittelding davon ich bin so 184 und Mittelding obwohl es nicht 184 ist 182 also auf dem Pass steht warte ich kenne es auswendig wo steht das hinten 182 augenfarbe braun naja kann man so sagen oh du oh du oh du oh du oh du oh du was ich hier noch so ein altes altes Bomberfoto hier warte mal du sagst gerade kurz gerade Bombenlegerfoto sehr schwer jetzt schwer erkennen ja das war noch wilde zeiten so als ich bei den beatles unter vertrag war ach ja john lennon ja ja ey nix explosion nix explosion ja ja dirk die Bombenlegung ja ja wenn man so will so hat man mich halt immer genannt so oder mich hat man immer so john lennon genannt und eigentlich ist das ein kompliment für mich gewesen wenn man mich damals oder so mit einer figur wie john lennon vergleicht hallo wie geil war das aber ich war ehrlich ich war immer schon ein mensch ich hab mich wirklich darauf geachtet wie ich aussehe es war mir scheißegal was leute über mich sagen ich habe meine haare einfach wachsen lassen also nicht waxing sondern lang wachsen lassen ähm ich war rebellisch ähm ich war ja keine ahnung und ich hatte eine sehr sehr alte brille gehabt weil ich zu faul war zum Augenarzt zu gehen der Bombelecher der Bombelecher Bombelecher wer ist das unsere älterngeneration ist nur äh zwischen 1,55 und 1,75 ja meine oma ist später geschrumpft das war irgendwie witzig oder so hallo oma wie geht's dir das ist irgendwie strange gewesen oder so aber die war gefühlt 1,30 dann hm dann dachte ich halt oder so ja omas die schrumpfen halt wenn sie älter sind das heißt du wirst halt auch wenn du älter bist schrumpfen äh mein schmerzweier Onkel hat sich als letztes auf seinen Gehstock mit Klingel gefreut als er uns davor eine Babyflasche geschenkt hatte yay wie oft hat er dann geklingelt hat bestimmt sehr sehr viel Spaß gemacht und ja dankeschön äh hier mich ja für die 100 Bits in heute dankeschön ja hat man früher immer zu langhaarigen gesagt scherzhaft also ich konnte darüber hinwegsehen oder so dort weil ich hab gerne lange Haare getragen und im Gegensatz zu den anderen Brüdern hab ich halt gelocktes Haar gehabt äh meine Mutter die war so leicht neidig wenn ich immer so ein bisschen so Haare bis hier hatte und die waren halt schön gelockt und so und immer wenn ich halt zum Friseur gegangen bin ähm dann waren die im Laden und die dann so wieso müssen wir das jetzt abschneiden und so ich hab so ja ja ihr könnt auch einen Teppich da rausmachen die wachsen auch wieder nach ja aber als Junge so schöne gelockte Haare zu haben ja aber in der Pflege wenn sie ganz lang waren oder so dort das war ultra anstrengend und wenn sie halt nass waren so nach dem Duschen oder so dort dann hast du halt gefühlt fünf Kilogramm oder so was du halt so nach hinten schleppend oder so hattest so und die dann erstmal alle ausfringen das war halt nicht ich hätte mir lieber dünnes Haar gewünscht weil die sind halt pflegeleichter auch beim Kemmen und nicht irgendwie bei mir au 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 und jeder Kammstrich oder so dort hatte meine Trähnendrüsen halt trainiert also wirklich bei ja ein Kemmen war für mich oder so sehr quälend ich hatte sehr sehr viele Knoten in den Haaren gehabt aber ich habe auch nicht wirklich meine Haare gepflegt das ist halt ich war ein Rebell ich wollte raus in die Welt ich wollte ich weiß nicht, was ich wollte. Aber ich wollte etwas sein. Rebell. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich wollte einfach so aussehen, wie ich aussehen wollte. Ohne, dass mir jemand irgendwie an den Karren scheißt oder mir sagt, wie ich es auszusehen habe. Hab ich gehasst. Wenn Leute mir sagen, wie ich es auszusehen habe oder mir vorschreiben, auszusehen. Du musst aber so und so und so und so. Heute hat jeder den Justin Bieber Haarschnitt. Fuck you. War mir egal. Wir haben da auch lustige Bilder mit Kinderwagen gemacht. Wenn der Fotograf einmal da ist, warum nicht das ausnutzen? Ja, genau. Warum nicht? Hat auch mal lange Haare, aber die Söhre, die haben wir auch immer feines und dichtes Haar. Feines und dichtes Haar. Ich habe sehr voluminöses, gelocktes Haar. Also nicht so wie andere, dass das ein Afro wird. Das ist halt auch schön. Sondern die sind halt, die schlagen irgendwann Wellen. Die einfach so, urplötzlich, ab einer bestimmten Länge, so Erstmal sind die ganz normal und dann schlagen die Wellen. Einfach so. Urplötzlich. Wenn sie dann halt länger sind, dann ist man so lange eine Welle und dann im Sonnenlicht erscheinen sie halt leicht rötlich noch. Vielleicht war ich ein Irre. Oder meine Vorfahren waren Irren. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Aber im Sonnenlicht erscheinen sie manchmal rötlich. Hier sind sie einfach kackbraun. Ich habe fünf Stück Wildseide. Ich habe gerade Wildseife. Was ist denn Wildseife? Eine wilde Seife. Ich nehme eine Perle im Austausch. Ich habe sie gerade deinem Partner gegeben. Oder habe ich noch eine weitere Perle? Habe ich noch eine andere Perle? Du hast keine Perle. Ich habe keine Perle mehr. Ich habe sie dem gegeben mir. Ich habe keine Perle. Hat er mir jetzt Scheiß angedreht? Ich hoffe nicht, dass das Scheiße war. Perle. Wichtiges Material zur Herstellung von Ausrüstung. Gleiche. Also vieles ist halt wichtiges Material zur Herstellung von Ausrüstung. Selbst das hier. Der braucht zehn Aquamarinen. Guck dir das mal an. Zehn. Und das ist so selten. Feuerwerksgranate. Achso. Das war keine Dings. Bleichte Kleider. Aber was habe ich jetzt bekommen von dem ein Kristall. Romamagnet. Weiches Holz. Und Spezialwaffen gilt Gemeinhallen als leicht verarbeitet. Okay. Cooler Handel. Oder Schotten. Oder Schotten. Genau. Du brauchst keine Perle, weil du eine Perle bist. Oha. Möchtest du meine Muschel öffnen? Dann kannst du meine Perle sehen. Was? Was? Dirky streamt ja auch im Schottenrock. Dann fühlt man sich sehr frei, wenn da unten etwas baumelt. Ist halt ja angenehm. Dann klebt halt nicht der Hoden sagt immer ständig am Oberschenkel. Fühl ich, fühl ich. Im Hochsommer habe ich sehr, sehr oft halt untenrum relativ nix angehabt. Relativ vielleicht nur in kurzen String. Wo der Sachs sich manchmal entscheiden muss, entweder links oder rechts oder so dort. Ich weiß nicht mal, ob ich links oder rechts Träger bin. Keine Ahnung, weil die entscheiden das automatisch alle. Es ist ein Kampf mit Windmühlen. wie ein ganz pürger Junge. Komm hier und bestraf mich. Hör auf jetzt. Meine Güte. Ich habe eine rote Perle. Sie gehört dir für sagen wir 20 Steine des Wasser Gottes. Ich will erst mal gucken, ob ich überhaupt welche habe. Ich dachte, ich hätte 20 Steine des Wasser Gottes gesagt. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Okay, ich habe also, ich habe die, aber ich habe nicht so viele. Okay, was mit dir? Hey, schön nichts zu sehen. Was Interesse hast, hätte ich eine feine Pferdemäne auf Lager. Wenn du mir einen Austausch eine Perle bieten. Die wollen alle eine Perle haben. Oh, gar nicht die Glocken vom Kirschturm, die wir sonst gehört haben. Das war alles, ähm, ja, es war nur ein Vorwand, dass ich sage, ich wohne in der Nähe einer Kirsche. Eigentlich ist es halt, ähm, er wolle, sei du auch der Klöckner von Notre Dame. Nein. Sei nicht der Klöckner von Notre Dame. Ist du, ich bin nicht witzig, mein Content ist halt einfach ganz, ganz merkwürdig. Leute erwarten halt einfach skillige Spiele, schöne, spannende Storys und sehen das und hören das. Das geht nicht. Klingelung, ja, Klingelung. Ich nenne ihn manchmal auch Klingelung. Ein kleiner Klingelung. Ich reibe ihn den ganzen Tag damit er schön butterweich wird. Ich habe keine Perle. Ich habe sie deinem anderen Partner gegeben. Dich zu sehen. Ich hätte ein paar Tierschwänze im Angebot. Los auf einen Handel? Ich hätte gerne eine Perle. Meine drei Tierschwänze für eine Perle. Tja, ich gebe mir noch ein Klopfen an, flipper meine ich. Es ist sehr sexualisiert. Nee, lass mal, du gehst nicht an meine Perle. Nein, meine Perle, obwohl ich keine mehr habe. Und was ist mit dir? Bin nicht zu sehen. Der Boss hat uns schon von dir erzählt. Ich hätte ein Stück feinen Seidenstoff anzubieten. Ich hätte mir zehn Steine des Wasser Gottes habe ich leider nicht. Schade. Oder zieht an ihm und was passiert. Was denkst du dann, was passiert, wenn man dran zieht? Es kommt kein Genie raus. Es kommt kein Genie raus. Habe ich schon alles ausprobiert, als ich mal ein kleines Kind war. dann du willst halt natürlich wissen, was da unten abgeht und so und du probierst halt Dinge aus und so. Aber es passiert einfach nichts, man dran zieht. Also meiner Erfahrung nach passiert dann nicht wirklich was. Es erfüllt keine Wünsche und es tut nicht wirklich weh. Es ist so ein kleines Ziepen. Ja. Ein ganz kleines Ziepen. Zinnober roten Stoff. Fünf Steine des Wasser Gottes. Ich habe aber keine fünf, oder? Keine fünf. Okay. kann ich bei ihm jetzt wahrscheinlich Übungen machen. Aber cool, dass wir da was machen können. Sehr viel Spielerei bisher. Wir haben noch nichts Story-mäßiges. Heute will ich dir das ein oder andere über Spezialmunition beiprägen. Das Brot und Butter eines jeden Revolverhelden. Spezialmunition. Ja, die habe ich schon benutzt. Das Gleiche hast du über deine Pistole auch gesagt. Ich werde mich mit eigenen Augen davon überzeugen, ob du wirklich weißt, wovon du redest. Eigentlich weiß ich das nicht. Das und kämpfe erneut gegen meine Jungs. Verbesserte Patronen erhalten. Licht Patronen. Blitz Patronen. Säure Patronen. Und Gift Patronen. Das ist doch mal ein Arsenal. Mach dich bereit es ein zu setzen. Rüste zunächst die verbesserte Patrone aus. Vergiss nicht, was du nicht lädst. Nehmen sie deine Leiche ab. Säure sogar nur wenig. Aber Blitz zieht halt schon so viel ab. Wow. Aber nur drei. 750 Angriff. Uh. Lade deine Waffe mit den Patronen die ich dir gegeben habe. mit mehr wenn du verbesserte Patronen in der Kammer hast. Verbesserte Patronen verbesserte Patronen. Ah. Yes. Alright. Auge brennt. Vergebliche Liebesmüh. Kann man so sagen? Man kann ihn sogar falten und wenden und so. Es ist ich muss euch da so ein bisschen was sehr sehr privat schwierig aber wenn du in einer Partnerschaft bist und der Partner nicht wirklich weiß beziehungsweise die Partnerin nicht wirklich weiß wie das Ding da unten so was jetzt so alles kann und was dem Mann wehtut und was nicht und so also wenn du mit Stückelschuhen dagegen trittst das tut weh wenn du mit voller Faust oder so in den Laufstall der Zwillinge schlägst das tut auch weh aber es ist halt ein Unterschied wenn du den in den Zipfelmützchen ziehst und in alle Richtungen oder wie ein Joystick benutzt das geht theoretisch noch es ist das ist noch human und das kann man noch machen so aber es ist das gleiche wie bei einer Frau du willst halt auch nicht dass man halt eine Rubbe los und so du kannst vieles anstellen damit aber vieles geht halt auch nicht einfach rein aus ich weine aber ich lasse es halt nicht so weil es ist gerade ein schöner Moment und dann kommen einem die Tränen und es schmerzt vielleicht aber du sagst einfach gar nichts so das ist halt ja ja was haben wir für komische Themen hier ich frage mich trotzdem ob Sega mit Ethan einen Red Hat Revolver Klon beabsichtigt hatten als sie das Spiel zu der Zeit raus kam zu der Zeit damals nee 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 war ja überhaupt gar nicht beabsichtigt weil in der Zeit auf PS2 gab es ja schon sehr sehr viele Samurai Spiele oder Samurai Art oder so Spiele die waren und das hier auf PS3 zu dem Zeitpunkt das Schießen war ja gar nicht so wirklich im Fokus und dieses Feudale Japan hat man ja schon in anderen Spielen gehabt so also diese Zeit und alles dort ich glaube nicht dass man da irgendwie einen Glown oder so machen wollte weil wann kam dann Red Dept 1 raus kam auch zu PS2 Zeiten oder PS3 Zeiten oder der erste Teil oder war schon vorher draußen also du nimmst du lässt dich inspirieren vielleicht davon ja das machen heute doch alles also alle Entwickler machen das wenn die jetzt ein neues Survival Game entwickeln dann nehmen die sich auch die Inspiration von anderen was gut gelaufen ist und nehmen dann halt etwas da rein und bei Yakuza oder hier bei Ishin oder so kann man halt vieles vermischen aus alten Sachen du hast halt eine Mischung aus ähm aus alten Samurai Games die schon PS2 Teilzeiten gut gelaufen sind Way of the Samurai äh äh war dort äh richtig gut äh Tenchu zum Teil ist eher mit Assassinen ähnlichen Sachen aber so Samurai Sachen gab's auch sehr sehr viele Ushido glaube ich gab's halt noch das Spiel und keine Ahnung du hast so viele Spiele gehabt oder so die ungefähr so in diesem Zeitraum Feudales Japan und so waren mit Kessen und äh keine Ahnung mit Nobunaga und so Sachen halt weil läuft halt gut und man mag das und ich mochte halt so Sachen so dass man halt mit Schwert oder so auf Leute drauf geht und mit Schusswaffen dabei why not das funktioniert bei Devil May Cry halt genauso nur der ist halt tausendmal flinker Dante ist halt tausendmal flinker aber das funktioniert bei Bayonetta hat es auch funktioniert oder keine Ahnung bei anderen Konsorten die halt hier Nier Automata hat bestimmt auch einige Sachen halt daraus genommen ist halt Kampf Schusswaffe und Schwertkampf hast du dabei ja Revolver waren auch PS2 Xbox Classic stimmt Revolver ja aber das war auch eine ganz andere Spielart wie gesagt das ist ja nicht im wilden Westen das ist ja so im feudalen ja japanische Zeitrechnung also dort was in Amerika der wilde Westen wäre wäre hier in Japan oder so dieses feudale Japan was auch sehr cool ist aber ist dann halt so zu dieser Zeit aber mag ich ich mag so spiele probiere einmal verbesserte Patronen zu schließen sie besitzen keine besondere Effekte eine hohe Durchstart Kraft drüge dreieck öffne Pausenmenü mit drei gerüsteten Lichtpatronen aus den Gegner blenden und bewusstlos machen blenden und bewusstlos machen okay cool also sie haben halt gut schaden hat Lichtpatronen öffnet das Pausenmenü so und so Blitzpatronen ich hab gar nicht gesehen was er jetzt gemacht hat mit dem Gegner Sitzpatronen Säure der arme Gegner Säure auf Giftpatrone Gift unimusho ja unimusho natürlich ja natürlich unimusho da geht es ja auch nur dass man da halt gegen Dämonen kämpft und so und da hat man halt auch Schwertkampf oder so dort aber ich mochte halt auch so Spiele die in so einem Zeitalter in Japan spielten und mit Samurai auch in so einer Optik halt also ich mochte halt so Spiele ich mochte Ninja und Samurai Spiele waren halt eine andere Art von Action RPGs so deswegen Onimusho hat man halt gegen Dämonen gekämpft und dann gab es halt so Spiele wie Bushido oder Shaolin oder so da ist halt auch gegen echte Menschen unter anderem noch gekämpft und ich glaube bei Bushido war das Schlimme du trainierst am Anfang mit einem Holzschwert und dann wirst du halt raus in die weite Welt geschickt und du bekommst ein richtiges Katana und du kannst halt auch verbluten also das heißt wenn Leute dich halt treffen musst du halt Bandagen finden und du kannst halt auch nach einer gewissen Zeit verbluten oder dass der Gegner da halt auch Sachen Arterien treffen kann oder so dort und Alter das war so stressig zu kämpfen dort also es ist halt super geil gewesen aber sehr sehr stressig in Kämpfen gegen mehr als drei Leute Revolver war doch Asia Style mit Cowboy aber Revolver war ja was anderes war ja Wildwestern und das hier ist eigentlich das ist nicht die Cowboy Zeit das ist halt die Zeit in diesem Zeitalter in Japan also das was in Amerika war musst du jetzt einfach in Japan sehen so die Zeit im alten Japan das war halt normal war halt so mit Schwertkampf und so Sachen während andere dann halt schon Schusswaffen und das und das hatten hatten die hier auch oder so wegen Schießpulver und sowas war ja auch klar aber so die Sammlereizeit oder die Zeit des Ninjas und sowas halt ja fand ich halt sehr sehr interessant ist halt was anderes gewesen als mit Schusswaffen alles tot zu schießen das war für mich irgendwie als 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 Spieler nicht so wirklich interessant weil du hast halt schon so viele gewaltbereite Spiele gehabt oder so wo du halt immer im Vorteil warst mit Schusswaffen gegenüber anderen und hier im Schwertkampf ist es ja irgendwie geiler so da kannst du halt ja viel mehr mögliche Sachen machen und wenn das halt so Kampfspiele sind die wie Yakuza oder Judgment oder sowas waren das war dann halt für mich noch interessanter so wenn du halt ohne Waffen diesen Kampf zeigen kannst diese Art Know-how kann im Kampf einen Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten verbesserte Patronenwissen wurde freigeschaltet warum diese lange Leertaste ich kann sie Fähigkeit erlernen indem du eine Seelensphäre in den entsprechenden Platz im Fähigkeitenmenü setzt ja scheint als gäbe es viel zu beachten wenn du diese Fähigkeit meisterst kannst du verbesserte Patronen sogar beim Schmied herstellen versuch dich mal dran das nächste Mal habe ich mir schon was gutes überlegt hat wieder wenn du bereit dazu bist können wir doch weitermachen wir haben ja noch Zeit heute haben wir noch Zeit warum nicht ja aber keine Ahnung welche Spiele habt ihr so zu PS1 oder PS2 oder sagen wir mal so in Anfang 2000 oder sagen wir ja so in den Zeitraum zwischen 96 bis 2005 so da gibt es auch so viele unterschiedliche Spiele welche man gerne gespielt hat der eine spielt halt gerne Ego Shooter der andere spielt halt gerne RPGs der andere Jump'n'Run andere muss irgendwas mit Zombie-Metzeln gab es damals auch schon nur in einer anderen Ausführung heute ist es halt alles bisschen expliziter dargestellt und ja und mehr und mehr und ich finde das gar nicht so so wirklich schlimm weil ich habe halt so Spiele wie The Way of the Samurai geliebt Onimusha Tenchu Schauline ja Kessen war auch noch interessant obwohl das halt was ganz anderes war weil das halt mehr Strategie war also der Kessen 1 Kessen 2 war dann halt ein bisschen blöd weil da konntest du halt einen Kommandanten auswählen der dann halt durch die ganzen Menschenmengen kämpft und das normale Kessen war halt also das erste war halt viel viel interessanter noch als der zweite Teil in meinen Augen also ich mochte so halt so Sachen aber ich habe halt die Devil May Cry Reihe nie gezockt also auch shame on me obwohl das eine gute und sehr sehr geile Reihe ist aber ich habe halt so ich habe viele Spiele gar nicht gezockt oder so die andere schon tausendmal gezockt haben oder die man halt gezockt haben muss also wenn du mir jetzt irgendwie diesen Namen sagst die du gezockt haben musst auf jeden Fall die habe ich bestimmt nicht gezockt ich habe nicht die komplette Reihe der Resident Evil Reihe gezockt oder die komplette Reihe von Silent Hill oder so zu dem Zeitpunkt habe ich ganz andere Spiele gespielt also bei mir war halt wirklich der Fokus viel mehr auf RPGs gelenkt so waren sie rundenbasiert oder so sehr sehr geil waren sie strategisch oder so sehr sehr interessant oder waren sie halt Action RPGs so aber ich konnte mit Ego Shooter nicht wirklich viel anfangen außer es waren halt so Spiele wie Medal of Honor weil die halt eine sehr sehr hohe KI hatten sehr sehr geiler Soundtrack war nicht wirklich irgendwie das Ballern im Vordergrund war ähm du konntest halt ja du konntest halt die Geschichte dahinter verstehen beziehungsweise hast du halt auch so kleine Einblendungen und alles gehabt wo du dann halt dort eine Auflistung hattest oder so hier in dem Zeitalter das und das oder so ist das und das passiert und heute hast du halt so Call of Duty und Baller 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 und Tod 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 Mord 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 ohne wirkliche Story dahinter brauchst du halt nicht weil vielleicht gibt's eine Story aber die wird halt nur im Hintergrund gehalten weil es ist einfach wichtig dass du halt drauf los und ballerst manchmal muss das sein so kann ich verstehen Leute die wollen halt manchmal einfach nur reinrennen in die Menge und alles abschlachten ich kenn das halt selber ich hab so Spiele halt auch gespielt so keine Ahnung ist halt manchmal ist man als Kind aber auch so gewesen du brauchst es halt sowas als Ventil so dummerweise 96 SNES bis 2005 PS2 alles durch fast okay gut aber um 2000er rum keine Handhelds mehr gezockt deswegen ist das eine große Lücke ja gut ich glaub du hast aber auch aufgehört irgendwie mit Handheld zu 2000er gab's aber nicht wirklich also Gameboy was hast du dann nach dem Gameboy für Handheld noch gehabt so für dich Gameboy Color Gameboy Advance und danach PSP PS Vita und DS 3DS hast du wahrscheinlich gar nichts mehr so wirklich auf dem Schirm obwohl die auch sehr sehr gute Spiele haben aber ja ich spiel halt auch zu selten ich hab ein 3DS beziehungsweise auch einen normalen DS hier bei mir ich spiel zu selten obwohl da sehr sehr gute Spiele dabei sind du hast halt auch die Chance halt im Nintendo eShop oder so dort Spiele runterzuladen und alte Klassiker auf dem Gameboy Gameboy Color zu spielen da drauf ja gerade durch Download hast du sehr sehr viele Möglichkeiten und du kannst halt ja viel 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 machen und die Switch ist halt vielleicht schon die also der beste Handheld so wenn man so will für uns also für meine Generation damals war wahrscheinlich Gameboy Advance weil der hatte halt naja Gameboy Gameboy Color und Advance abspielen können das war für mich damals so wow das war halt schon sehr sehr cool und halt in Farbe Gameboy Color damals als er kam alter ich hab das halt so gefeiert dass ich Spiele in Farbe dort sehen konnte als Handheld so und du hast halt ja das Problem war halt nur wenn du jetzt irgendwie Oma besucht hast oder Tanten oder so wie viele Spiele mitnehmen und du hast ja halt irgendwo in einem in einem Rucksack drinnen gehabt und zu viele manchmal dabei und ja das ist das Problem manchmal bei vielen digitalen Sachen hast du das alles intern im Speicher drin und ja da hast du halt dieses Problem halt nicht und bei der Switch ist halt ein riesiger Bildschirm der Vorteil noch so PS Vita ESP geht der 3DS oder der XXL oder wie der heißt mit einem größeren Bildschirm aber Switch Switch kann fucking alles du hast Handheld und du kannst ihn an deinem Fernseher machen und kannst auf dem Fernseher spielen Switch ist da was das angeht revolutionär fortgeschrittener gut Gameboy der klassische da hatte Lupe gehabt Licht dann gab es halt noch so ein Gestänge dort also wenn du den hältst da hast du direkt so ein 10 Kilo Gameboy in der Hand da hat er halt alles gehabt mit Lupe Surround Anlage und alles glaubt man kaum aber das sah halt ganz komisch aus JRPGs waren auch mehr im Vordergrund ja also ich bin halt auch gerne dort mit groß geworden so weil man halt mit NES nicht so wirklich viele JRPGs hatte aber du hast halt schon so bemerkt welche Spiele du halt eher leiden konntest oder eher was damit anfangen konntest die halt nicht direkt oder so nach einer halben Stunde durch sind sondern wo du halt bisschen länger mit müde dran bist und du hast halt das eher wertgeschätzt oder so mit Level-System so dass du halt besser wirst dir vielleicht Sachen kaufen konntest mit mit dort dem Geld im Spiel dass du dort einen Händler hattest wo du halt Ausrüstung und sowas kaufen konntest und halt die Welt bereist auch wenn die kein Open World oder sowas war aber du hast dich halt wie ein Abenteurer gefühlt auch dieses Pokémon ist wahrscheinlich an dir ganz vorbeigekommen obwohl Monster Farming Games oder so halt wirklich sehr sehr viel in RPGs vorkommen und sehr sehr gute Spiele halt rausgebracht haben also Monster Farming Spiele muss man halt auch gespielt haben so ich moch das halt immer wieder egal ob es halt Monster Seed war oder dieses Evil Eyes oder wie das heißt keine Ahnung es gab halt Unmengen von solchen Spielen wo du halt Charaktere selber hast die du steuerst und halt Monster die du taming konntest also wo du halt die auch leveln kannst und wo du halt den Fähigkeiten beibringst die sich weiterentwickeln können oder sich fusionieren zu etwas zusammen das war schon sehr sehr interessant so Monster Farming Games oder Monster Tame Tamer Games oder so heißen die dann war schon sehr sehr egal Game Boy danach war erstmal Schluss bin ich irgendwann mit PSP mal wieder versucht hatte ja ja kenne ich auch sowas ja bei Handhelden musste ich mich erstmal so ein bisschen überwinden bei den 3DS ich habe erstmal geguckt bei anderen Kumpels die hatten auch alle ein 3DS gehabt beziehungsweise ein DS und ich gucke einfach mal so was der Vorteil ist und die Spiele waren halt relativ klein kompakt aber durch die Möglichkeit im E-Shop also Nintendo E-Shop oder so dort Spiele runterzuladen oder halt WLAN und alles bei den Handhelden zu haben das war halt ja konntest du bei der PSP halt auch machen aber PSP war da das Problem bei mir dass wenn du die PSP lange irgendwo stehen lässt bläht sich die Batterie auf oder das Batteriefach und dann ist die Batterie halt aufgeplatzt und ich konnte die PSP nicht mehr nutzen das hattest du bei DS halt nicht gehabt bei PSP war das halt sehr sehr häufig leider deswegen ist bei mir die PSP aufgeplatzt die Batterie die hat sich halt ausgedehnt ist halt so eine dicke Dingsbatterie gewesen die ist halt aufgebläht das ist ja also es ist wichtig dass du Figuren ausweichen und Gegenfeuer geben kannst macht Sinn bist du bereit ich denke schon ja super Gameboy fand ich auch klasse auf jeden Fall also wenn du dort damals den Adapter Adapter hattest und hast dann halt auf dem Fernseher deine Spiele gesehen dann konntest du auch deinen Eltern zeigen was du spielst weil es war halt ein bisschen blöd wenn du den Eltern halt so den Gameboy immer so gezeigt hast und so konntest du halt auf dem Bildschirm das halt sehen du hast ihn in deinen Augen nicht kaputt gemacht weil oft war das halt das Problem wenn du abends Gameboy gespielt hast unter deiner Decke mit dieser Lichtlupe und so und so und manchmal ein bisschen anstrengend und auf einem großen Bildschirm war das halt angenehmer auch auch die Möglichkeit auch einige Spiele die du nicht in Farbe kennst sondern immer in diesen grünen Tönen auch in Farbe zu sehen so über den Super Gameboy oder die Wahl hat es auch da an Farbe reinzubringen ach ja ja war schon sehr sehr geil war revolutionär gut durchdacht drücke viergeber während du mit x ausweist und deinen Gegner beim Ausweichen beschließen zu rammen ich mach dich fertig aua ich hab mir nur das ausweichen beigebracht gut gut mhm ist komplett an mir vorbeigegangen zu der Zeit nur an der Konsole PS1 und PS2 aber hast du nie so wirklich Monster Farming Games gespielt oder Monster Taming Games also wo du halt auch die Chance hattest ähm Kreaturen auch zu leveln auch wenn du das Hauptding oder so menschlicher Natur ist aber du hattest halt auch Monster die du halt äh fangen konntest oder halt trainieren kannst also Jade Cocoon zum Beispiel ist ja auch so ein Beispiel und gerade auf der PS1 oder so Monster Seed war zwar eine verniedlichte Optik und irgendwie knubbelig äh klobig alles ich hoffe dass es irgendwann ein Remaster gibt oder so dann kann ich euch was zeigen aber ich glaube nicht dass die Monster Seed irgendwann irgendwann dort machen also eher Jade Cocoon äh werden die da raus ein Remaster machen aber äh Monster Seed leider nicht schade eigentlich hab's als als Kind hab ich das gemocht so zu PS1 Zeiten gab's halt so Monster Farming Games sehr sehr viele und auf dem auf dem Gameboy oder so hast du halt auch die die Pokémon Sachen gespielt erst mal am Anfang um erst mal zu wissen was ist Pokémon so und dann hab ich das halt als gut empfunden weil wir waren halt unter Brüdern äh wir wussten davon es gab halt drei Starter wir waren halt drei Jungs ich war halt Team Shiggy weil immer Wasser äh mein kleiner Bruder oder so war halt immer Team Bisasam weil Pflanze Gift und mein großer Bruder halt immer Team Glumanda weil Feuer und Stark so Sachen halt ähm und dann gehst du halt auf Reisen und dort siehst du halt Pokémon die du halt einfangen kannst und damals waren das halt noch schön gestaltete Pokémon wenn man so will oder hast du halt Taube Ratte und verschiedene andere Wesen zwar auch gehabt oder so dort ähm aber du hast die also ich hab sie mit Liebe gezüchtet beziehungsweise mit Liebe auch behandelt heute ist das halt alles so lieblos leider gestaltet durch diesen EP-Teiler gedönst dass du halt nicht wirklich daran denkst oder so andere in deinem Team oder die du halt in der Box hast irgendwie zu trainieren weil sie dir eigentlich am Arsch vorbeigehen das ist dir egal oder so ja du fängst halt hier mal die Entwicklung von dem ein dann die äh weitere Entwicklung von denen aber eigentlich ist dir das scheißegal ob du das Wesen hast weil du willst halt nur komplett haben aber du dich juckt es halt gar nicht was dieses Pokémon eigentlich ist so das ist halt heute in der Zeit halt so ist halt meiner Ansicht nach so weil du damals äh hattest du nicht wirklich ja diese EP-Teiler und so diesen Trick genutzt du konntest halt nur äh dein erstes Starterwesen auswechseln und dann ein anderes einwechseln und das war die einzige Möglichkeit wo du halt alle anderen nach und nach äh EP geben konntest dort und das hat halt viel länger gedauert und ich hab am Anfang auch gar nicht die Hefte gehabt wo du halt wusstest wie ein Einzelner sich entwickelt alles wurde halt mehr oder weniger in äh ja gut auf dem Schulhof war das halt nicht das war ja alles danach schon so ein bisschen aber du musstest erstmal warten dass es Hefte gibt die dann halt ähm ja wo dann halt steht dieses Pokémon entwickelt sich durch Tausch dieses Pokémon entwickelt sich durch das und das du hast ab und an oder so ein paar Charaktere im Spiel gehabt NPCs die es dir gesagt haben wie einer sich entwickelt aber wie im Ganzen das funktioniert und äh auf was du darauf achten musst was der Unterschied ist zwischen ähm äh zwischen diesen Werten und den anderen Werten später bei den Pokémon Spielen gab es halt noch äh äh weiblich und männlich und du konntest die halt züchten und und so viele Sachen heute ist das halt etwas lieblos äh ist halt meine Meinung heute ist das Ganze so heute versuche ich mal irgendwie alle 800 Pokémon in Shiny zu fangen ha 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 mir ist es eigentlich scheißegal oder so weil juckt mich halt kaum diese ganzen Pokémon dort weil ist halt doof warum soll ich die trainieren weil ich greife mit meinen Starter an und alle anderen kriegen 7000 äh Erfahrung oh ich bekomme 80 Milliarden Sonderbonbons oh ich bekomme äh 30.000 äh äh EP äh um die zu pushen warum sich die Mühe dann machen sie zu trainieren im Kampf so das ist halt heute liebloser weil die Leute haben weniger Zeit gerade Kinder haben keinen Bock oder so so lange zu grinden weil grinden ist ultra nervig ich hab's geliebt als Kind ich hab halt wirklich so lange gegrindet damals um halt äh Dragoran richtig lang gedauert zu entwickeln also wirklich ein ein Dragoran wenn du den halt damals gefangen hattest mit ähm ähm beziehungsweise hier äh Trattini und so ähm wenn du den eingefangen hast oder so mit Level 12 und der sich dann halt entwickelt bei 56 oder sowas dort das hat halt schon damals lange gedauert ähm nö halt nur die erstmal bei Final Fantasy sonst hatte ich keine die ich zähmen musste vielleicht ist die da was entgangen oder so es gibt halt richtig geile Monster Taming Spiele die nicht Pokémon sind so also guck mal in dem Weiten des Internets Monster Taming Spiele die jetzt nicht Pokémon sind und dann sagst du bestimmt oder so ja hast du was von gehört aber nie wirklich damit dich vertraut gemacht so was halt schade ist weil das halt schon irgendwie cool ist also ich hab so Spiele halt gemocht auch wenn sie halt nicht Pokémon waren oder dann gibt es halt so Spiele die halt wirklich out of the box sind wo dann heute sich einige Spiele sich inspirieren lassen haben ist halt Legend of Carthia kennt halt keine Sau wahrscheinlich nur eingefleischte JRPG Fans oder Strategie RPG Fans auf der PS1 aber sonst würde dir das gar nichts sagen weil du halt einen normalen Strategie RPG hattest aber durch verschiedene Karten verschiedene Zauber und Zusammenschlüsse und verschiedene ja das war halt auch noch sehr sehr interessant du musstest halt verschiedene Karten noch sammeln auf den Kampffeldern um verschiedene Zauber zu machen der eine ist dann halt für Heilung zuständig der andere halt für Feuer Feuer kannst du vermischen mit dem und dem um das zu machen das war halt auch noch sehr sehr interessant aber ist glaube ich total untergegangen weil ja oder hier Saga Frontier 2 fand ich halt sehr sehr geil weil die Saga Reihe damals oder im japanischen die Romancing Saga die habe ich nicht wirklich verfolgt heute kannst du dir hier über PS4 auch dir holen sind sie halt auch in Englisch die müsste ich eigentlich anspielen oder die halt im Original auf der Super Famicom kaufen und die hatten ja auch ein System im Spiel gehabt was auch sehr sehr geil ist benutzt am eisten zum Beispiel Drähten und irgendwann sagt der Charakter oder so wenn du halt sagst Schlag Schlag Tritt Tritt dann erscheint bei ihm eine Glühbirne oben und er lernt dann halt eine neue Fähigkeit und da musst du halt so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten oder so dort machen und das ist halt nicht nur mit Schlag sondern halt auch mit verschiedenen Waffen dass er dann halt immer eine Glühbirne oben hat und dann neue Fähigkeiten erlernt also damals auch revolutionär gab es auch gar nicht so also ich kann das halt nur aus der Saga-Reihe sehen wie du damit umgehst wenn du umzingelt bist ganz so viele auf einmal oder hier auch das beste Beispiel war Vagran Story zu dem Zeitpunkt gab es auch keine Strategie RPG-Spiele in dieser Form die das hatten was in Vagran Story war dass du verschiedene Körperteile anvisieren konntest die einen Prozentsatz hatten daraus entstand halt später so ein bisschen so Fallout und so Sachen halt und es war nicht wirklich komplex aber es war für mich damals als Kind super schwer so vom Gefühl weil ich habe immer mit Speer versucht den Kopf zu treffen habe nicht wirklich auf die Prozentzahl geachtet oder so hä nur 10% oder so macht das halt Schaden scheiße da muss ich die Waffe wechseln und ich glaube dieses Thema wie Vagran Story hat halt auch Parasite Eve genutzt die haben sich ein bisschen das genutzt und Galarians glaube ich die hatten das auch gehabt wo dann halt immer dieser komische Fokusball um einen Gegner kommt und dann konntest du halt anwählen verschiedene Körperteile des Körpers so also ich glaube halt auch bei ja Vagran Story und auf jeden Fall ähm ähm Parasite Eve die hatten das auf jeden Fall gehabt natürlich viel auf einmal bringt mich das schon in Schwitzen keine Sorge sobald einer einen einzigen Schuss abkriegt verlässt er den Kampf manche sind bewaffnet andere nicht am besten konzentrierst du dein Feuer mal diejenigen die den Gegenfeuer geben könnten und ganz wichtig wenn du in den Schuss zu viel abkriegst blase ich die Übung ab ich will dich flink auf den Füßen sehen ich verstehe es geht also darum dem Feuer auszuweichen und die Gegner effizient auszuschalten du sagst es die Übung endet wenn du 30 Männer ausgeschaltet hast bist du bereit Männer ready go ok 30 ausschalten ja ja macht vielleicht Spaß hab ich es noch nie ausprobiert kannst es halt immer noch ausprobieren du musst nicht mit Pokémon anfangen es gibt so viele Beispiele auch viele aus Japan die nicht Pokémon waren die auch zu Gameboy Zeiten rauskamen die Monster Taming Spiele waren es muss kein Pokémon es muss kein Digimon sein es gab viele die überhaupt gar nicht bekannt sind aber die halt dieses Thema Monster Taming hatten also wo du halt dann ähm einen trainiert hast und der wurde dann halt immer besser und stärker und ja das ist halt auch interessant gewesen macht vielleicht Spaß aber sind noch nicht ausprobieren Legend of Icasio sagt mir auch was vom Namen her ja damals auf der PS1 kennen halt nicht wirklich viele außer die Leute die halt JRPGs PS1 geliebt haben aber auch so vieles nachzuholen was Games betrifft kenne ich sehr sehr gut ich habe sehr sehr viele Reihen einfach gar nicht gespielt und heute würden Leute sagen Dirk warum hast du die Reihen nicht gespielt und Mass Effect Uncharted Reihe komplette Assassin's Creed Reihe weil ich es halt nicht habe ich habe halt andere Spiele gespielt in dem Zeitraum ist halt so ich spiele nicht 24 7 Spiele also dafür ist der Tag halt zu kurz das geht nicht das geht auch ein sehr geiles Spiel fand ich damals sehr schwer weil ich das halt nicht so verstanden habe das Kampfsystem so mit darauf achten wo die höhere Prozentzahl ist da ist der höhere Schaden aber ich habe solche Spiele auch geliebt aber eher noch strategische Rollenspiele so Vandal Hearts war auch sehr sehr cool und ja Final Fantasy Tactics oder so Ikoden Tactics gab es dort oder hier habe ich ja das Onimusha Tactics so Tactics Spiele Strategie Rollenspiele habe ich halt auch gerne gespielt ach ja gab es schon sehr sehr geile Spiele aber es sind so so viele Spiele noch in der Liste die ich gerne spielen würde aber auch 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 Ich brauchte einfach nur in die Mitte zu gehen. Das war auch einfacher. Ja, so ein bisschen, naja, man muss da so ein bisschen reinfuchsen, aber es geht, ja, 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 ja. Die Essenz der dreibeinigen Stute wurde freigeschaltet. Du kannst die Fähigkeit erlernen, indem du in der Seelensphäre den entsprechenden Platz im Fähigkeitenmenü setzt. Diese Art von Training ist Gold für deine Präzision. Probiere dich so oft daran, wie du nur kannst. Verstanden. Das hier sollst du auch haben. Eine Belohnung für deine Leistung sozusagen. Ein Goldhammer erhalten. Spricht meinen Jungs, wenn du Lust auf eine Runde hast. Und keine Sorge, nächstes Mal belohne ich dich auch wieder. Verstanden. Boss? Auf der Straße ist was los. Und? Du weißt, aus sowas halten wir uns raus. Ja, aber ich habe gehört, wie einer von ihnen Oriyama-Gesellschaft erwähnt hat. Oriyama? Sind das nicht die Leute, nach denen du suchst? Ach, damit hatte ich heute nicht gerechnet. Ich könnte in die Bredouille kommen, wenn sie mein Gesicht sehen. Boss, wenn es wirklich die Oriyama sind, weiß ich nicht, ob wir ohne dich mit ihm fertig werden. Ich hoffe, das werdet ihr tun. Ihr haltet euch heraus, solange die ihren Auftragsmörder dabei haben. Was machen wir dann? Könntest du uns in die Lage prüfen? Ja, sicher, natürlich. Ich vergib mich doch gerne in die Gefahr. Mach ich doch. Sicher mache ich das. Du bist ein besserer Kämpfer als wir. Wir sind mit ihnen fertig. Bitte. Okay. Wir haben jetzt schon fast wieder Mitternacht. Und wir haben, es tut mir leid, sehr, sehr wenig heute gesehen. Wir haben sehr, sehr viele gequatscht heute. Das ist halt das Problem, wenn du halt von Sonntag auf Freitag erst wieder streamst. Und dann musst du einiges nachholen. Deswegen verstehe ich Leute, die dann halt erstmal langes Just-Chatting machen, um so ein bisschen runterzukommen oder wieder reinzufinden in diese Sache. Und nicht direkt auf 100% gehen. Ja. Das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Dann müsste ich die Streams früher machen. Problem. Ich hatte gesagt, was ich für die Informationen sammeln würde. würde ich sehen, was da vor sich geht. Ja, dafür wäre ich dir sehr dankbar. Verstanden. Vielen Dank. Ross und ich warten in der Nähe und behalten die Lage im Blick. Ich würde mir halt einen Auftragsmöder erwähnt. Sollte ich mich vorbereiten, bevor ich gehe? Ich gehe jetzt sofort. Ich muss mich vorbereiten. Ich brauche einen Moment. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber beeil dich. Ich dachte, das wäre halt kein Story-Ding. Sondern es wäre... Naja... Keine Story. Ich muss halt auch das hier weiter trainieren. Ich will alles trainieren. Das ist schwierig. Essenz der Todesschüsse. Halte einen Gegner unter deinem Fuß fest und stürze dich auf den armen Bastard. Verbraucht Heat. Dreieck in der Nähe eines zu Boden gegangenen Gegners. Könnte ich ausrüsten. Ja, Giftpatronen. Die wähle ich lieber jetzt nicht. Cool, dass ich jetzt auch keine Patronen mehr habe. Ich wähle die Verbesserten und... Ich greife normal mit Viereck an oder so dabei. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich habe halt immer noch das Schwert für den Fall. Wie ist das hier mit dem Angriff überhaupt gemeint? Die Schusswaffe ist 165 Angriff. Die Patrone 850 wird dann halt multipliziert? Wahrscheinlich ja. Also zusammengerechnet wahrscheinlich. Feichern. Vorher heilen. Brauche ich auch nicht wirklich. Welcome back. Achso, weil du zurück bist. Okay. Ich schaue noch darauf an, was du mir denn streamen, wie man erreichen möchtest. Dienen die zur Unterhaltung? Oder nur damit die Zeit rumgeht? Oder beides? Ja, zur Unterhaltung natürlich. Die Zeit, hä? Auf die Zeit, da achte ich schon seit Jahren halt gar nicht mehr. So gefühlt gar nicht mehr so. Theoretisch schon. Ich achte schon noch auf die Zeit, dass ich die halt nicht überstrapazip... Überstrap... Überstrap... Dass ich die nicht ausdehne. Dass ich halt nicht irgendwie bis 5 Uhr... Also da achte ich halt schon darauf, dass man da eine Grenze setzt. Verlassen. Ich kann auch einfach verlassen. Oder mit ihm reden. Ich kann auch einfach so verlassen. Und draußen so ein bisschen zu trainieren erstmal. Geht das? Wahrscheinlich schon. Das geht auch so rum. Aber... Ja, ja, ja. Geht halt schnell rum. Das stimmt. Ich gehe jetzt einfach so raus. Ohne ihm Bescheid zu sagen, dass ich jetzt rausgehe. Ja, ja, ja. Geht halt schnell rum. Vielleicht war das nicht so klug. Er hätte mir vielleicht noch was geben können. Nö, ich kann jetzt einfach raus. Oh, okay. Also ich muss halt, wenn es um die Story geht, halt hier wieder hin. Das kann ich mir bestimmt merken, dass ich hier hin muss. Kann ich mir definitiv merken. Ich wollte nämlich eigentlich hier hin. Weil da war eine Nebenaufgabe. Und da wollte ich eigentlich hin. Kann alles trainieren. Aber jetzt habe ich so viele Sachen mit Schusswaffen trainiert. Mit Schusswaffen trainiert. Die Kerl kommt mir ja bekannt vor. Ja, das war der andere Typ, die du folgen wolltest. Warte, das ist doch... Ach, sieh mal einer an. Kommt es uns weh gerufen. Mit einem wie dir haben wir Auswahl behalten. Das ist doch der Typ, dem ich folgen wollte. Oder nicht. Wir sind die... Kaku... Me... Yoi. Und unsere Mission ist es, dieses Land von Ausländern wie dich zu befreien. Mach dich auf was gefasst. Rassismus gab es schon immer. Muss man halt sagen. Da würde ja auch ein Fehler begehen. Hä? Und vor allem in Japan... Auch so eine Sache. Schwierig. Ja. Wer ist? Mein Name ist Krieg. Ich bin weit gereist und einen landwirtschaftlichen Fortschritt meines Landes mit dem euren zu teilen. Was hat er jetzt im japanischen... Im fließenden japanischen wahrscheinlich so gesagt. Er hat gesagt... Hinkt Japan anderen Ländern hinterher. Doch mit dem Wissen, das ich bringe, werdet ihr bald auf dem neuesten Stand sein. Kommt ihr aus England? Das wundervolle... Dieses wundervollen Landes und seinem Bauern... Willen dürft ihr mich nicht töten. Wenn ihr mich verletzt, schneidet ihr euch ins eigene Fleisch. Ah, der hat Nerven. Schnauze alter Mann. Dieses Land braucht durchtriebene Ratten wie dich nicht. Wir müssen es doch nur für dumm verkaufen und ausrauben. Wie alle anderen Ausländer auch. Aber darauf fallen wir auch nicht rein. Ist das jetzt nicht umgekehrt? Aber... Ich habe doch nur das Beste für das Land im Sinn. Halt's Maul. Abschaum. Los geht's Jungs. Bringen wir es hinter uns. Hey, hey, hey. Aufhören. Wer bist du denn? Ich habe gehört, dass ein Haufen Extremisten hier in letzter Zeit Ausländer hinrichtet. Seid ihr das? Und wenn das so wäre... Dann müsste ich euch aufhalten. Ach, hört euch das an. Einen von uns hat der Ausländer schon eingelullt. Als Verräter... Kannst... Als Verräter... Kannst er mit ihm sterben. Als Verräter... Kannst er mit ihm sterben. Als Verräter... Okay, gut. Halt, nicht mit einer groben Faust. Halt! Halt! Aua! 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 So kann ich halt auch die Kugeldinger trainieren. Und ich... Ich verschwende keine Kugeln. Wenn ich Dreieck mache, verschwende ich Kugeln. So nicht. Gefährlich. Ja. Maximale Combo. 55. Scheiße, Mann. Was ist dieser Kerl zum Frühstück? Nägel. Und keine Fußnägel. Was bringt es euch, Ausländer reihenweise zu töten? Was es uns bringt? Genugtuung. Wir rotten sie aus, weil sie in diesem Land nicht gebraucht werden. Das ist auf so vielen Ebenen schwierig. Aber... Die Zeit... Überall in allen Ländern... Oder mehr oder weniger in allen Ländern... gab es halt... Rassismus. Ein Miteinander war schwierig. Bist du fremd, dann... schwierig. Dann du weg. Das war arg der Aussage. Dabei können wir so viel von anderen Kulturen lernen. Um Japan nachhaltig zu einem besseren Land zu machen. Zum Glück hat Japan auch die Kurve gekratzt. Also die Kurve hinbekommen. Dass sie halt auch Sachen angenommen haben. Von anderen Ländern und... Ja. Deswegen fand ich es auch so ein bisschen... Wer Civilization damals gespielt hat. Ich fand das halt so schlimm. Du wolltest halt dein Land aufbauen. Und du konntest halt auch entscheiden, ob du Demokratie oder... Egal, was du halt für eine Republik oder sowas machst. Egal. Schwierig fand ich das mit manchen Ländern zu diskutieren, die halt... mein Wissen klauen wollten, weil ich halt... das Wissen über die chinesische Mauer hatte oder über Straßen oder so dort. Und dann kamen dann halt immer Kämpfe zustande von Zulus oder von Ländern, die halt auch dieses Wissen haben wollten. Barbaren war eine Sache. Aber Länder, die haben halt angegriffen, weil sie das gleiche Wissen haben wollten wie wir. Und ich so, ja dann teilen wir doch einfach. Nein, es gibt Krieg! Und mein Verteidigungsminister auch manchmal oder so dort. Nee, wir müssen dem Einhalt gebieten und müssen so und so und das Wissen gehört uns und wir müssen Krieg. Und ich so, wir können das aber auch teilen. Nein, nichts da! Teilen ist für Schwächlinge. Okay, gut. Dann vernichten wir dieses Land einfach. Ich hatte dann halt schon so 1940 hatte ich dann halt alle möglichen Laserwaffen und Atomwaffen. War cool. So jede fünfte Runde oder so mit Atombomben oder so um dich zu werfen. Es hatte nichts gebracht, aber du hast halt das Grundwasser verseucht. Du hast halt komplett oder so die Länder kaputt gemacht, weil ich halt ein fucking Land gespielt habe, was halt einfach nicht teilt. Cool! Lernen wir sehr viel daraus. Ja, aber die waren alle sehr stolz auf mich. Das war ein bisschen schwierig. Das Ziel war eigentlich, also bei Civilization 2, die Wirtschaft halt so weit voranzutreiben, dass du halt Raumfahrt betreiben kannst. Und dass du halt mit einem Raumschiff, das hat halt wirklich lange in der Entwicklung gebraucht, ähm, naja, ins All fliegen kannst. Und das war das Ziel im Spiel, so gefühlt. Oder du stirbst halt vorher und dann sieht man halt dann, wie die Regierung halt war und wie viele Wechsel du da hattest und alles. Und ich war super erfolgreich mit Russland, so, weil Kommunismus und so hat richtig Kohle gebracht. Die Bevölkerung, die war halt zutiefst angepisst und traurig. Ich scheffelte sehr, sehr viel Geld, hatte Atomwaffen. Ähm, es ist nur ein Spiel, so. So, aber da hast du gesehen oder so, was halt passieren kann, wenn du halt zu viel Macht hast. So, und wenn du halt nicht auf deinem Volk hörst. Du hast halt immer einen gehabt oder so, der wichtig war für das Volk. Einer, der wichtig war für die Verteidigung, äh, für Unterhaltung und verschiedene Leute halt. Aber du konntest halt auch, ja, sehr, sehr viel Unfug betreiben und das habe ich halt gerne gemacht. Ich habe viele Länder halt auch einfach nur überrannt mit Elefanten, weil ich es konnte. Das war schwierig. Ich könnte es aber auch friedlich, äh, friedlich, äh, 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 ja, regeln. Ja, 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 das... Hätte ich ja gerne gemacht bei manchen Ländern, also... Civilization II war, was ich sehr, sehr geil fand zu dieser Zeit, ähm, dass du halt die Weltwunder näher kennengelernt hast. Und immer, wenn du was aufgebaut hast, wie chinesische Mauer, Hoover Dam, ähm, oder der Koloss von, äh, Rhodos oder wie der heißt, dass sie halt immer eine Sequenz gezeigt haben, wo die halt vorgestellt wurde und du dann halt auch eine Fähigkeit bekommst. Hier chinesische Mauer, ähm, wenn du die hattest, hast du halt in jeder Stadt eine Stadtmauer drum gehabt. Stadtmauern waren halt wichtig, da konnten halt nicht Leute einfach so in dein Dorf einkehren und dann irgendwie Leute ermorden. So. Das ging halt nicht. Weil die mussten halt durch die Stadtmauer halt durchgehen. Die Stadtmauer aufzubauen, das hatte sehr, sehr viele Ressourcen gekostet. Und deswegen war halt wichtig, am Anfang auch die chinesische Mauer zu, ja, zu forschen. Das war halt super interessant aufgebaut und dann halt auch die, ähm, die kleinen Cutscenes, wenn die Verteidigungsminister mit dir reden oder hier der Typ auf dem Marktplatz, der halt für die Finanzen zuständig ist und du warst halt reich as fuck. Und dann kam der halt besoffen ins Bild oder so, you are rich, sire, rich, rich, rich. Und der kippt sich ja hier den Wein oder so hinter die Binde oder so dort und, ähm, ja, komplett meine ganzen Informanten, die waren alle besoffen und waren sehr, sehr glücklich. Zum Teil. Außer der für Luxus. Der Luxustypie war halt immer einer im Elvis-Verschnitt. Und der immer so, aha, du brauchst mehr Unterhaltung für die so und so. Mehr Stadttheater und so und so, aha. Ich so, was ist los mit dir? Aber sehr, sehr geil aufgebaut. Civilization 2 ist halt, äh, so geiles Game gewesen. Ach ja. Viele Games haben dann, äh, leider auch die Metagaming, was nur, was nur Ja oder Nein zu lassen. Gebe ich dir recht? Ah, gebe ich dir recht. Das, das stimmt. Aber ja. Ne, ich hab damals auch sehr, sehr viel Spaß auch mit so Aufbau, Aufbauspielen gehabt. Ich hab halt die Schwierigkeit grad nicht so hoch eingestellt, weil wenn du die halt zu hoch einstellst, du bist am Anfang halt nur ein Siedler, ein ganz kleiner. Und du musst halt direkt, naja, deine erste Stadt in deinem Land aufbauen. Und wenn du, wenn du dir halt Zeit lässt, dann kommst du direkt in der Nähe eines Barbarendorfs, die töten dich und deine Stadt, naja, dein Land ist halt tot. Weil diese eine Siedler tot ist. So, und du musst halt immer Siedler, ähm, bauen, weil die Siedler in der Lage sind, halt eine Stadt zu entwickeln. So. Dann hast du halt verschiedene, äh, ja, verschiedene Formen oder so von Handel und du musst darauf achten oder so, wen du halt als Verbündeten hast. Und wenn du den als Verbündeten hast, hast du den anderen als Gegner. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich war froh, dass ich einige, äh, Sachen entwickelt habe, wo man halt merkt oder so, der darf den, der darf keinen Krieg machen, weil ich das und das habe oder so dort. Irgendwie wegen Freiheitsstatue, wegen das und das. Aber trotzdem hatten Leute auch Atomwaffen. Und das war dann halt so, du konntest halt ins Jahre 2.400 oder so, glaube ich, maximal spielen. Das war irgendwie merkwürdig, aber das konntest du machen. Bis du halt, äh, Raumfahrt erlernst. Und halt ins All fliegst. Aber ich habe alles zugebombt mit Atombomben. Also, komplett waren einige Städte unbewohnbar, weil das Grundwasser verseucht war. Und, äh, unsere Bürger waren auch nicht gerade zufriedenstellend, aber... Gut, ich wollte mal gucken, was passiert. Ja. Und meine Hauptstadt, die hatte dann halt, keine Ahnung, 180 Einheiten Marinesoldaten gehabt und, äh, Spionagesoldaten, typisch Fallschirmjäger, verschiedene Arten von Flakgeschützen und, ach... Und du weißt ja gar ja so Sachen, was du halt machen kannst. Ach ja. War schon sehr, sehr interessant. Du konntest halt einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Kacke machen. Und, ähm... Ja. Und es kann halt auch Anarchie herrschen. Wenn das Dorf halt, oder die Stadt halt sehr, sehr unzufrieden ist mit dir, dann... Dann läuft halt gar nichts mehr in deinem Land. Und da ist halt nur noch Anarchie. Und du hast nur noch überall Faschisten. Also, überall laufen dort halt, äh, Leute mit Fackeln rum und, äh... Faschisten eigentlich schon. Fanatiker. Sorry. Faschisten. Überall Faschisten. Äh, überall laufen halt Fanatiker dort rum. Und du musst halt aufpassen, dass sie dort nicht deine Stadt oder so... Naja, zubomben. So... Mit gewissen Attentaten oder so. Oder... Das, äh... Ja... Das Regime stürzt und, äh... Du musst halt aufpassen, dass deine Hauptstadt halt auch dann heile bleibt. Du konntest, wie gesagt, sehr, sehr viele Scheiße machen. Aber ich hab halt sowas geliebt. Also erstmal normal zu spielen und dann halt... Scheiße zu machen. Ich bitte nämlich Greek. Ich unterrichte Landwirtschaft in einer örtlichen Schule. Und zu dem Zeitpunkt konntest du entscheiden, ob du... Männlein oder also männlicher Herrscher oder weiblicher Herrscher bist. War auch sehr, sehr interessant. Wo du dann halt Ägypten und weiblich gewählt hast oder so. Kleopatra. Äh, oder halt in Rom oder so. Hast halt Cäsar oder so im weiblichen... Boah, im weiblichen? Wer war im weiblichen dort? Aber du hast halt wichtige Leute dort gehabt. Beim Deutschen? Boah, wie war das beim Deutschen? Boah, ich weiß das schon gar nicht mehr dort. Wer war das beim Deutschen? Al der Große? Auf jeden Fall eine Wichtigkeit in Deutschland. So. Keine Ahnung. So. Also sei du erlaubst mir, mich für das Verhalten meiner Landsleute zu entschuldigen. Kann nur hoffen, dass du aufgrund solcher Gestalten nicht schlecht von uns allen denkst. Das ist halt immer das Problem. Ja, ja, ja. Ach was, schließlich bist du auch Japaner. Und du bist mir ohne Zögern zur Hilfe geeilt. Ich kann diesen Hass auf Ausländer einfach nicht nachvollziehen. Du sagst das, Bruder. Aber ich bin mir sicher, wenn ich ihnen zeige, wie viel mehr dieses Land bedeutet, dann werden sie mich verstehen. Schließlich hören sie doch auch nur das Beste für Japan. Mag sein. Schade, dass ihr einander nicht vertrauen könnt. Obwohl sie für das gleiche Ziel kämpft. Ja, umso mehr würde es mich freuen, wenn Männer wie sie eines Tages auf gleicher Augenhöhe mit Männern wie mir wären. Ein edler Gedanke. Doch du solltest dich dafür nicht unnötig in Gefahr begeben. Einfach nur an weniger leichtsinnig. Wenn du diese Kerle noch einmal siehst, dann lauf. Sie werden dir kein Gehör schenken. Selbstverständlich. Ich danke dir, Seitosan. Es freut mich zu wissen, dass es auch Leute wie dich hier gibt. Leb wohl. Tüdelü, tüdelü. Und er schlendert hier einfach weiter. Dann hoffe ich mal, dass Grieg sich von nun aus aus Schwierigkeiten heraus hat. Ich glaube nicht. Da kommt noch einiges bestimmt. Ja, ja, ja. Man muss ja auch viel probieren. Ja, ja, ja. Also gerade in solchen Spielen. Also Siedler habe ich zwar auch gespielt, aber so. Weiß ich nicht. Habt ihr so Wirtschaftsspiele gespielt, wo du halt dein Land errichtest? Oder wo du halt deine Stadt aufbaust und halt Wirtschaft betreibst und so Sachen? Oder war das halt überhaupt gar nichts für euch? So Spiele. Also ich fand die halt ultra interessant. Also vielleicht schon eher Zivilisation als Siedler. Siedler war zwar auch irgendwo cool, aber Zivilisation fand ich halt dann sehr, sehr geil gemacht, weil du halt auch mit der Wirtschaft auch Sachen freigeschaltet hast und dann halt auch immer so eine Cutscene veröffentlicht wurde. Und die dann halt auch etwas, naja, verursacht hat. Also wenn du irgendwie den Hoover Dam, Freiheitsstatue oder irgendwas entdeckt hast, haben die halt für deine Stadt oder für dein ganzes Land auch bestimmte Bonis. Ah, Verzeihung, werte Herr. Ähm. Redest du mit mir? In der Tat. Ich habe eine Frage an euch. Dürfte ich wohl einen Blick auf euer Schwert werfen? So blickt ein Blick auf mein Schwert. Hä? So blickt ein Blick auf mein Schwert. Was? Bis auf die Glio fangen wir keine Damen ein, die viel regiert haben. Achso, du meinst bis auf Cleopatra? Ähm. Doch, warte mal. In... Du musst verschiedene Zeitalter halt auch sehen. Oder die wurden halt ganz anders da dort angesehen. Ich weiß, was du meinst, aber bei Civilization war das halt so. Bei Weiblichen, je nachdem, kannte man halt schon ein paar Figuren. Ich glaube auch so im Amerikanischen oder so war das, äh, ähm, oah. Das war eine Politikerin auf jeden Fall. Oder oft waren das irgendwie, äh, Leute, die, äh, die sehr, sehr präsent in der Politik waren. Aber das war halt noch, so, Civilization war halt noch weit entfernt oder so von so... Und, äh, keine Ahnung, die haben halt da... aus dem früheren Deutschland irgendwie... Personen geholt. Die dann irgendwie das, äh, das Land hätten groß... machen können. Und da bei den Frauen war eine, die für das... Frauenrecht gekämpft hat oder so. Oh, wer war das dort bei den Deutschen, bei den Frauen? Ich weiß halt gar nicht mehr. Also, vielleicht, äh, äh, keine Ahnung, wenn du die Spiele selbst gespielt hast, würden dir die meisten halt gar nicht aufhören, aber ich fand's halt sehr, sehr gut, und, dass die halt auch die Wahl haben, zwischen Mann und... ja, äh, Frauenherrschenden zu wählen. Also, ich fand's halt sehr, sehr interessant. Vor allem, was halt diplomatisch oder so halt bisschen anders da... äh, gehandelt wurde. Mein Schwert, warum das denn? Aber ich glaub, im ägyptischen oder so, außer Cleopatra war halt im männlichen, der tut einen schon am Moon, glaub ich, eher dort. In, in Rom war Cäsar, also, hier Italien, wenn du Italien gewählt hast, hast du halt klar, äh, Cäsar gehabt. Im weiblichen war das... Boah, es war die Schwester von jemandem dort. Auch zu dem Zeitpunkt oder so dort, glaub ich. Aber keine Ahnung, einige Namen, die kannte ich halt damals nicht, weil ich nicht wirklich mich mit den Sachen vertraut gemacht habe aus der Geschichte. So, mein Bruder, der kleine Bruder, der hätte das halt eher gewusst, woher die Leute dort stammen, die halt dort waren. In Amerika, glaub ich, war das halt dann... Ich glaube, war George Washington. Kann aber auch Roosevelt sein. Also, Theodore Roosevelt gewesen sein. Oh, bei der weiblichen... Was mit Thatcher? Nee, keine Ahnung, ich weiß halt gar nicht mehr, ist halt so lange her. Na, SimCity haben wir viel früher gespielt, sonst nur das Theme Park. Ja, gut, SimCity... Kann man auch sehr, sehr viel Scheiß machen. Oder hier so das Theme Park, so seinen eigenen Park machen. Ja, stimmt. Aber SimCity war halt... So mit dieser... Mario-Dings-Art oder so mit... Du musstest darauf achten, dass halt Erdbeben oder Vulkanausbrüche nicht passieren und die Wirtschaft darauf achten. Das hab ich auch gespielt gehabt. Aber Civilization war halt weitaus mehr. Weil du halt andere... Die Karte war halt riesig. So gefühlt riesig. Und du konntest halt auch Handel betreiben mit anderen Leuten. SimCity hast du halt einfach nur deine Stadt gebaut. Wirtschaft war eigentlich nicht wirklich da. Du warst halt nur für dich selber. Du hast halt geguckt, wie deine Stadt halt aufgebaut wird. Und heute gibt's halt so Spiele, die sind halt tausendmal größer als das, was damals möglich war. Ein Schwertdieb? Nee. Komm jetzt nicht auf den... Ich glaub, kann man vorbestellen, was bald rauskommt. Davon gibt's einen ersten Teil. Aber den ersten Teil hab ich gar nicht mehr gemerkt. Da kannst du halt komplett die Stadt so aufbauen, wie du sie haben willst. Egal, ob du im Flugverkehr sehr viel machst. Egal, ob du im Bahnverkehr sehr, sehr viel machst. Oder Straßen und, 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 und. Und du kannst halt nah reinzoomen in die Stadt. Ist halt auch schon interessant. Aber vielleicht für mich zu viel. So ein Wirtschaftsspieler aus der heutigen Zeit. Da musst du auf so vieles achten. Und, ähm... Ja, vielleicht für mich heute zu viel. Dieses Warten, bis was passiert, war nicht so meins gewesen. Du konntest das ja auch ein bisschen, äh, verschnellern. Zivilisation kannst du ja auch ein bisschen verschnellern, die Zeit. Hat halt nicht so lange gedauert, bis er der nächste Tag anbricht. Du konntest das ja einstellen. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Aber du konntest das halt dementsprechend immer so ein bisschen mit so einem Zeiger verschnellern. Katharina, die Große, fällt mir noch ein. Hm. Könnte auch gewesen sein. Bei den Deutschen oder so, dort bei Weiblich. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht mehr. Es ist halt Jahre her, dass ich das gespielt habe. Das letzte Mal hab ich das ja wieder in den Händen gehabt, als hier ich von Zockbox, glaub ich, Zivilisation hatte. In einem sehr, sehr guten Zustand. Besseren Zustand als damals meins. Mit einer Anleitung sogar. Aber es hatte halt damals sehr, sehr viele, ja, sehr, sehr viele Kopieren gehabt. Und sehr, sehr viele Leute hatten das gehabt. Aber vielleicht hatten das nicht so viele auf dem Schirm gehabt. Aber Zivilisation 2 war halt in meinen Augen sehr, sehr revolutionär, sehr, sehr gut. Was halt wirklich, auch mit diesen kleinen Cutscenes und mit den, äh, mit den Ministern, die du, die du halt dort hattest, hast du halt so viel Spaß gehabt. Also vor allem der, äh, der Minister für, ähm, ja, für Kultur oder für, äh, für Spaß. So, keine Ahnung, wie der dort hieß. Das war irgendwie, äh, ein Minister, der immer in einem Elvis-Kostüm dort war. Und je nach Zeitalter, wenn du halt deine Stadt entwickelst, haben die halt das Gewand anders da gehabt. Das war halt ultra witzig. Vor allem der Finanzminister dort mit der Marktforschung und alles. Der war halt sehr, sehr geldgeil. Und der Kriegstypi, der war halt sehr darauf aus, Krieg zu vollführen. Und die eine Außenministerin, die war halt eine, die wollte halt schlichten, die wollte halt sehr förmlich bleiben und nicht wirklich irgendwie in den Krieg irgendwie ziehen. Und das Geile daran noch mal, wenn die einen Tipp dir gibt oder sagt oder so, ja, wir sollten die Truppen halt das und das und lieber bitte nicht, dann haben die sich gegenseitig gestritten, die Minister. Dann hatte ich auch so, was erzählst du darum und so und so, ich komm dir gleich ins Bild rein. Und ich war so, was, hier streiten die da zwischendurch und das war schon sehr, sehr geil gemacht. Also deswegen, Civilization ist halt so mein liebstes Aufbau-Simulationsspiele gewesen, so aus damaliger Zeit. So auf der Playstation 1, Civilization 2 war so mein Lieblings. Oder halt Jean-Darck von Audion. Ja, ja, die war in Frankreich. Die war bei den Franzosen oder so in, äh, bei Weiblich. Ja, ja. Stimmt. Braun spielt auch viele Summler schon bis zum Limit. Ja, doch gar nicht so verkehrt. Ich kann Leute auch verstehen, die das halt auch feiern. Ich könnte halt heutige Sachen nicht so wirklich spielen, aber damals habe ich die gerne gespielt, so welche. Wie hast du mir gedacht? Wie hast du mir gedacht? Das war nicht ein erlesenes Schwert, das strahlt förmlich so gut ist. Absolut erstaunlich. Ist halt nur ein bisschen schwierig, so im Stream sowas zu zeigen, weil nicht jeder die... Nicht jeder feiert sowas. Ist aber genauso wie hier. So, wenn ich jetzt hier dauerhaft rumquatsche nur, feiert das keiner. Wenn wir die Kämpfe sehen, feiert man das vielleicht eher. Und stimmt das damit nicht? Was? Nicht stimmen? Nein, nein, nein. Das würde ich nicht sagen. Sei ruhig ehrlich. Ich werde nicht beleidigt sein. Dieses Schwert könnte schließlich den Unterschied zwischen Leben und Tod für mich bedeuten. Ich... Ich weiß nicht recht, was ihr hören wollt. Besitze keinerlei Expertise im Fertigen von Schwertern. Was? Du bist kein Schmied? Warum wolltest du dann mein Schwert sehen? Ich bin lediglich ein Bewunderer. Verstehe, dann mach's gut. Ja. Bitte, bitte, wartet. Was willst du noch? Wenn... Wenn ihr so freundlich wärt, könnt ihr mir bitte noch mehr Schwerter zeigen? Du... Willst ihr die Schwerter nur ansehen? Ja. Ich sammle Katana. Und Eurys ist mustergültig. Es besitzt diesen gewissen Glanz. Kann noch nie so etwas Bezaubendes gesehen. Schwerter sind beseelte Dinge. Die besten werden von besonderen Individuen angezogen. Und ich sehe, dass ihr dazu zählt. Überhaupt einen Katana zu fertigen. Was das für eine Arbeit ist, ey. Der Schmied. Wie viele Schichten überhaupt ein Katana manchmal hat. Glaubt man kaum. Man denkt nur so, das ist einfach nur eine Stahlschicht und das war's. Ne. Ne. Wie viele Legierungen und Schichten es hat. Um zu dem zu werden, was es ist. Aber es gab doch so ein Video, wie die halt verglichen haben, welche Schwerter am stärksten waren oder am gefährlichsten. Da haben die halt verglichen ein Katana und im Vergleich ein Schwert in der Kreuzritterzeit. So, und... Naja. Ein Katana kann sehr, 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 sehr viel. Aber ich glaube, ein Schwert im Rittertum... Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen. Konnte auch sehr, sehr viel Schaden verursachen an Rüstungen und alles. Und... ja. Aber je nachdem, wie gut geschmiedet ein Katana ist, das schneidet wie Butter. Das schneidet halt wirklich auch in bestimmten Rüstungen wie durch Butter. Aber ich glaube, das ist das Besondere, war halt einfach, dass du ein Breitschwert halt in alle Richtungen zeigen konntest. Und sogar der Knauf wurde alles Waffe benutzt. Also du hast ja hier bei einem Schwert, bei einem Breitschwert oder so öfters, hier diesen Knauf gehabt. Diesen dicken. So, bei Katana ist es halt einfach dieser... So lang, das ist halt... Macht keinen Sinn. Aber oft im Nahkampf oder so, haben sie halt auch den Knauf genutzt. Wenn die Klinge abgebrochen ist oder so, um dann halt dort den Schaden zu machen. Und das ist halt... ja. Da bist du Matsche. Möchte ich euch darum bitten, mir ein Schwert namens dunkles Schwert zu bringen. Nicht zum Behalten natürlich, ich will es lediglich sehen. Es ist kompliment zu schätzen, aber dennoch... Selbstverständlich will ich euch belohnen. Schafft ihr es mir, alle Schwerter zu bringen, die ich sehen möchte, könnt ihr eines von meinen haben. Du bist Benki-i. Seltsamer Mann. Wetten, du bist Benki-i? Also Benki-i war eine Legende in der japanischen Geschichte. Der Halter der sieben Schwerter, der auch seinen Meister beschützt hat auf einen Berg. Und der Meister war halt hinter ihm. Und der hat halt alles abgewendet oder so. Von Schlägen, von Stichen, alles oder so dort, um seinen Meister halt zu schützen. Und den konnte halt nichts trotzdem. Auch wenn sieben Schwerter oder so halt in ihnen drin waren. Oder je nachdem wie viele halt in ihnen drin waren. Aber der fällt mir jetzt direkt ein. Benki-i. Also geschrieben Benki-i. Der Meister der sieben Schwerter. Ach ja, ja. Um dir ein paar Schwerter anzusehen. Gut, das ist kein grischer Handel. Ich zeig dir ein dunkles Schwert, wenn es mir in die Hände fällt. Ernsthaft? Hih. Ich bin so aufgeregt, dass ich mich kaum noch reinkriege. Du hast eine Bindung zum Schwertennarren aufgebaut. Du kannst diese Bindung vertiefen, indem du durch Interaktionen mit ihm die Bindungsleiste füllst. Die Bindungsleiste kannst du jederzeit im Leistungsregister des Pausenmenüs einsehen. Ich versuche den Mann oft zu besuchen. Und Tugend bekommen. Cool. Ja, ich muss nach und nach auch hier ein paar Fähigkeiten freischalten. Das können wir nicht. Sens der Seligkeit. Oh, das hätten wir testen sollen. Mann, Mist. Ähm. Revolverhelden 3. Direkt. Geraff für normalen Angriffen, Todesstößen und Heat-Aktionen im Revolverhelden-Stil. Ich will halt alles trainieren. Alle Stile. Oho, Bärchen. Du siehst so aus, als würdest du verkraften oder so strotzen. Hä? Redest du mit mir? Aber natürlich. Ich suche schon seit längerem nach einem starken Mann, der mir bei meiner Arbeit assistieren kann. Was hältst du davon, dir ein Gefecht mit meinen mechanischen Strohpuppen zu liefern? Mechanische Strohpuppen? Was meinst du damit? Sieh doch, mein Anwesen selbst besteht aus Uhrwerk. Clockwork Orange. Ähm, das ist eindrucksvoll. Ich liebe Maschinerie und Mechanismen in all ihren Formen. Deshalb habe ich diese gesamte Residenz renoviert. Ich nenne es mein spektakuläres Strohpuppenschloss. Das rollt von der Zunge. Die Arbeit daran hat mich nur fünf Jahre meines Lebens gekostet. Doch leider hat es noch kein Besucher unverletzt wieder heraus geschafft. Äh, nicht ausgeschafft. Was? Deshalb suche ich nach einem fähigen Kämpfer, der es mit meinen Meisterwerken aufnehmen kann. Äh, was? Wie gefährlich ist es da genau? Aha! Wenn ich dir das sage, ruiniere ich doch die Überraschung. Wie wäre es, wenn du es als Training ansiehst und ich deine Mühe mit ein paar Kleinigkeiten belohne? Ich werde auf dich warten, Junge. Ein Haus voller Strohpuppen. Das macht mich schon neugierig. Ich sollte vielleicht mein Schwert nehmen, nicht meine Schusswaffe. Vorher vielleicht speichern. Also du siehst auf der Karte nicht wirklich, wann eine Nebenstory erscheint oder so. Also du siehst halt Hauptstory. Aber die Nebenstories, die waren jetzt irgendwie einfach so aufgebloppt und die hast du halt null wahrgenommen. Also der eine war hier, den ich befreit habe von diesen kirmischen Kämpfern. Dann der, der hier mit einem schwarzen Schwert gedöhnt. Und dann jetzt hier das in diesem Gebäude. Das sind drei auf einem Weg. Und hier ist auch noch ne Nebenaufgabe. Nebenstelle des Revolverhelden. Und hier ist erst die Hauptstory. Also das Spiel ist so groß. Okay. Haben wir gespeichert? Ich speichere nochmal. Heilen brauche ich nicht. Nö, brauche ich nicht. Noch passend. Probier ich mal. Vielleicht lieber mit Schwert. Ah, ich kam schon fast halb ein. Ich habe doch nichts gemacht hier. Hallo. Da bist du ja, Björkchen. Ich habe dich bereits erwartet. Willst du dich an meinem spektakulären Strohpuppenschloss versuchen? Beim ersten Mal findest du in jeder Kammer einen Preis. Für jedes weitere Mal gebe ich dir einen Strohpuppenanhänger. Hm. Was genau soll ich tun? Aus dem Boden tauchen verschiedene Arten mechanischer Strohpuppen auf. Zerstöre sie, um Punkte zu gewinnen. Gold mit Strohpuppen sind 500 Punkte wert. Schwarze 300. Rote 200. Und weiße 100. Eigentlich ist es doch, vielleicht mit Schusswaffen, wenn ich die besser trainiert hätte, vielleicht doch geiler gewesen. Besiege innerhalb des Zeitlimits so viele wie möglich. Konzentriere dich am besten immer auf die wertvollsten. Ich glaube, mit Schusswaffen bist du halt viel, viel schneller da dran. In jeder Kammer gilt es, eine bestimmte Mindestpunktzahl zu erreichen. Gelingt es dir das, erhältst du eine Belohnung. Falls dir eine Kammer zu schwer... Fällt dir eine Kammer zu schwer, hilft es sicher, deine Waffe zu verbessern oder deine Fähigkeiten auf dieses nächste Stufe zu bringen. Anfänglich kannst du nur die einfachen Kammern betreten. Dann erreichst du die Zielpunktzahl einer Kammer, erhältst du eine Sternebewertung. Sobald du eine bestimmte Anzahl an Räumen pro Schwierigkeitsgrad abgeschlossen hast, wird der nächste Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Gibt dein Bestes, bis du alle Kammern auf jedem Schwierigkeitsgrad abgeschlossen hast. Scheiße. Ich versuch's einfach mal. Was soll schon passieren? Na gut, ich versuch's. Das höre ich gerne. Ich erwarte deine Rückkehr und das hoffentlich heil und gesund. Also Schusswaffen wären halt geil, wenn die halt weit weg liegen. Aber ich glaube nicht, dass die Waffen den nötigen Schaden machen. Okay, die Musik, die fetzt schon mal. Und die Belohnungen? Auch gar nicht so verkehrt. Vitalitätspille, Vitalitätspille. Pille, Pille. Ein zerschlissenes Zahnrad. Treibholz, Eisenhammer, Bronzehammer. Ich versuch's ein Püppchen, ein Kristall. Du hast auch nur eine Sekundenanzahl. Ich kann aber nicht auf Experte, brutal und extrem. Ich versuch's erstmal Schusswaffe. R1 gedrückt halten und ein Viereck draufballern. Das liegt gut. Das, das, ähm, lief richtig kacke. Ich hab direkt am Anfang die Fäuste ausgerüstet. Mit Schusswaffe ist das viel, viel einfacher. Ich muss Schusswaffe hier trainieren. 20 Sekunden. Ja. Hoffentlich bist du jetzt mit... Hallo. Mann, ich kann nicht die Waffen wechseln. Wieso nicht? Okay, da ist begrenzt gewesen. Okay, wow. Da konnte ich die Waffe nicht wechseln. Ich bin besser aufgeregt, aber ich bin ja auch schon. Ha, shu, tue! 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 Oh, war noch im letzten Schlag? War das noch? Okay, das ist aber gemein oder so, dass du halt nicht die Waffe wählen kannst. Am Anfang kann ich die Waffe wählen. Jetzt bist du wieder richtig da, okay. Hast du sehr, sehr lange Monster Hunter gespielt. Wie bist du jetzt gekommen mit Andreas? Ich spiele jetzt auch ja vermehrt im privaten ein bisschen mehr. Allo? Oh. Ich ... Mann! Nein! Mann! Oh Gott, das ist doch ... Wieso kann ich nicht die Knarre wählen? Das ist ultra schwierig, also ... boah. Oh. 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 also hier steht ja auch hier frei ja okay jetzt sehe ich das hier schwertkämpfer der wolverheld drei trenzer frei hier sind schwertkämpfer ok 50 jähriger und mussten gegen altmutter das ist eine altmutter schwert habe ich gut trainiert also zweimal besiegt auch wenn wir zwei gute leute dabei hatten wenn ja wie gesagt wenn kein heiler oder supporter darunter ist marco hilft das halt null das ganze draufkloppen ohne die richtige waffe zu wählen ohne die richtige ausrüstung gewählt zu haben sind auch sehr sehr wichtig glaubt man kaum aber das ist später sehr sehr wichtig aber da musst du so viele farmen das merke ich bei mir weil ich habe zwar zum glück eine rüstung die kann ich zwar nicht verbessern momentan aber die macht halt pro rüstungsstück hat 30 verteidigung ist für den anfang halt sehr sehr hilfreich da braucht hat keine sachen erst mal zu farmen die kann ich halt für für die waffen erst mal nutzen und die rüstung kann ich auch später zusammen farmen ich bin ja kein globy kämpfer ich bin ja einer der der mit geschwindigkeit viel arbeitet und sehr sehr viel ausweicht und schild wird halt auch naja gewisse schüsse ab und sprühe schüsse und so sachen also selbst von einem puket der halt gift wolke abgesondert oder so kann ich einfach mit dem schild oder so das aufhalten merkwürdigerweise aber das geht gegen den alten spiel nicht so aber hier geht das so mal sehen darum habe ich den nächsten schwierigkeitsgrad freigeschaltet hast du dir daran die zähne aus beißt kommen stärkeren waffen wir übrigens also meinen kleinen bruder ich im bry und am ufer wird es nur bei gelegenheit nach dem burschen sehen na dann bis zum nächsten mal bürchen kann es aber auch gut leveln hier für straßen kämpfer jetzt was gelevelt straßen kämpfer ist eigentlich weit entwickelt gesundheit ja und nach oben einen weg ich muss hier durch er weiter deine gesundheitsanzeige über das hinaus ok gut 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 und hier noch mal erhöhung muss dort hin dort hin dort hin dann kann ich die hier mitnehmen auf jeden fall und cool so was für zwischendurch aber ich packe es definitiv nicht oder so das komplett zu machen das ist definitiv zu schwer sind zwei leviathan wesen die sich zusammen machen die wirst du auch kennenlernen ja manchmal ist das sogar zu zu viert sogar noch schwieriger weil dann halt naja die monster halt die die höchste differenz von dem höchsten ja high rank nimmt also das problem manchmal beziehungsweise er nimmt dann hat so die differenz der stärke von allen zusammen bei manchen monstern hast du halt alleine bessere chancen manchmal nicht bei allen das macht halt mehr bock mit mehreren leuten zusammen aber ich musste am anfang erstmal immer alleine machen so ich hab dann ein cooleres gefühl dass du das monster erstmal richtig kennenzulernen als nur draufhauen und gar nicht zu beobachten ich beobachte erst mal das monster und dann kann ich halt gucken oder so ah der angriff ist so und so und ich blöcke halt sehr sehr viel sehr gerne deine rücken und hoffentlich gesund ich habe schon merkt euch dass ich das jetzt auch privat des öfteren wieder spiele drei sekunden anfangs zieht dran ich habe ein so gutes schwert nein alter neuer rekord aber man hätte noch mehr machen können einige sind böse ich kann ja nicht blocken du bist halt nur ein draufhau spieler deswegen hast du den hammer der ist nicht zum blocken geeignet den sagte mir eben ich bin besser drauf seit ich pause mache ja marco das genießt das halt eher ich habe es halt bei mir auch bemerkt also ich halt wenn ich mittwoch und donnerstag halt eher auf spontan mache dann setze ich mich nicht selber unter druck oder so ich muss jetzt um die in die uhrzeit streamen ich muss jetzt da irgendwie ist halt ein völlig falscher ansatz ist für das das wohl für dich selber ist das halt sehr sehr wichtig ist 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 Mann! Also der Revolver muss ich halt noch wirklich weit trainieren. Hala! Hala! Eisenhammer! Freitänzer. Aber die Waffe, die ist halt schon sehr, sehr geil. Aua! Boah! Anvisiert der Punktzahl 3400. Oh Gott! 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 Beste Punktzahl 3.300. Hätte ich geschafft, hätte ich mich so ein bisschen rumgealbert. Ja, ja, ja. Was war mit ... Ah, wir sind ja ... ... durch die Dünne und Dröbel gekommen. Von der Lippenlässe nichts erfahren. Bisher nicht aufgetaucht, ist halt auch nicht so schlimm. Doch, alles gut. Der ist nicht auf der stillen Treppe. Aua. 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 latin kürnchen buch der offenbarung zuschlagen das will ich auf jeden fall oh gott 2800 ok da muss man also richtig gut trainiert sein wo 4600 punkte schon sehr sehr geil sehr sehr geil also zum trainieren seiner fähigkeiten um hier also zum trainieren wirklich sehr sehr gut essenz des todesstichs stoße dein schwert gnadenlos in einem niedergeschlagenen gegner verbraucht 3 in der nähe eines zu boden gegangenen gegners dann haben wir bei revolver dann gehen wir erstmal hier hoch oh ja brüllende salve diese stürmische salve mit einer weiteren breiteren streuung für schüssen ab gut wenn die gegner verstreut sind dreieck während stürmische salve dann haben wir noch den tanzer hier auf jeden fall oh ja oh ja brunk und bracht eine schöne reihe von angriffen die so lange andauern kann wie du gelegenheiten findest verbraucht heat drei in der nähe eines gegners wenn die leiste auf fünf oder höher ist ein tänzer stil deshalb auch sehr sehr geil so da kannst du eigentlich am besten trainieren in verschiedenen stilen ob so das gefühl sehr sehr geil zum trainieren ja 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 ein gefühl zu dunkel mit diesem blühen angst ich bin schon nie ich bin hier das licht ein bisschen heller mache dann hat man das halt nicht so im hintergrund ja ja причем ich bin ich bei ihnen heute nicht wirklich viel gesehen ist es tut mir leid aber ja ich muss wieder in diese freitags streams reinkommen erst aus shame on me das ist so musik noch eine nützliche arznei steigert geringfügig die gesundheit geringfügig ich sollte auch mal heilen und so machen material zum herstellen von ausrüstung im brächtiger hammer in glänzendem gold hier kann ich auch gar nicht nutzen oder ein siegel zum verbessern von waffen erhöht den angriff um zwei auch nicht siegel auf die waffen bringen hier ist ein siegel drauf ist bei der waffe hier ist auch ein siegel drauf aber dass man glaube ich hier nicht das lichtelement hinzu ich auf jeden fall dort lassen bei der waffe glaube wir sollten mal hier wieder zum revolver typen weil sonst übersehe ich ihn beim nächsten mal und dann blüht alles los voll der nub ich muss viel mehr trainieren wie mit der waffe der volker ist doch gar nicht so wirklich wir haben noch zu viel hp gegner böse buben reichende salve habe ich schon die stürmische salve wo ich hier gar nicht sens der seligkeit des rennens drachenfeuer salve sens des stoßschusses ist halt schon geil das erinnert halt so leicht an jakuza zero noch mit den verschiedenen stilen dabei dass sie da aufen von geld noch ein stich schon wieder wieder dieses lied ganz gut so heißt auch eine band wir haben das tanz ist nie büde was was passiert geht es dir gut es geht gleich wieder die tänzer haben mich nur umgestoßen diese mist schweine wie rücksichtslos entschuldigt solche verhalten nicht jeder was willst du hast auf wo ihr tanzt einer von euch hat eine alte frau umgestoßen warum bist du so eine spaßbremse mann weil nur in frieden eljaka 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 tanzen diesen tanzdaut dieser kille hat ganz offensichtlich kein interesse an einem friedlichen protest er tanzt nur weil es gerade populär ist das ist nur aus dieser bürgerbewegung geworden hey geh uns nur aus dem weg wenn du nicht im tanzen hier bist wenn du das eljaka nicht fühlst machst du nur uns die stimmung mies also seid ihr nur zum tanzen hier sonst nichts wo du schon fragst mich steht eigentlich auch der sender nach einwillig zu verprügeln durchzuprügeln ich glaube nicht ganz dumme idee denn ich habe ein schießeisen ich werde ihn benutzen ich nehme dies aua ich wollte eigentlich ein special machen wenn er auf dem boden ist das da wohl ich machen auch Au! Au! Gimmies! Solange ich Viereck drücke, gehen keine Kugeln davon verloren. Das ist gut. Ach, ja, ja. Ja, hätte ich mehr verteidigt, wäre es noch göttlicher. Ach, Gott. Mir ist ja so stark. Habt ihr genug? Ja, ja. Wir nehmen das und wir verzehren uns. Wir verziehen uns. Du glaubst es mir nicht richtig in die Hand, aber okay. Zinnoberroter Stoff erhalten. Entschuldigung, Unannehmlichkeiten. Langsam, Dirk. Langsam lesen. Es ist spät. Man merkt es. Und meine Stimme muss sich daran wieder gewöhnen, weil die klingt schon leicht heiser. Das war sehr nett von dir. Guter Samurai. Ich danke dir. Tschüss. Was? Hier. Keine Ursache. Dieser Tanzwahn läuft langsam wirklich aus dem Ruder. Das mag ich dir meinen. Aber ich kann verstehen, wie es ihnen geht. Zeiten wie diese habe ich noch nie erlebt. Die verlieren all den Verstand vor Sorgen. Sorge um sich selbst. Sorge um unser Land. Hm. Aber solange es Samurai wie dich gibt, gibt es vielleicht noch Hoffnung. Hm. Überschätzt mich. Sie hat recht. Die ganze Nation durchläuft ein chaotisches Zeitalter. Es ist kein Wunder, wenn sich das Volk ungewöhnlich verhält. Vielleicht wäre es ungerecht, alle Tänzer über den gleichen Kamm zu scheren. Botschaft. 8400 Tugend. Ich wollte irgendwas mit der Tugend machen. Aber ich weiß nicht mehr was. Nee, aber bevor ich dort das ... Dings wollte ich hier ... Map? Wollte ich hier runter. Vorher vielleicht speichern. Oh, ich habe ja noch eine Fähigkeit gelernt. Eine Übungssphäre. Die Übungssphäre können wir überall einsetzen. Das ist gut. Körpersprengung. Drücke den Lauf auf die Brust deines Gegners, den du gepackt hast, und schieß. Denk daran, dass Schusswaffen im Nahbereich schwach sein können. Einen Gegner packen und Viereck drücken. Naja, wenn ich jetzt eine Schrotflinte in der Hand hätte, ist im Nahkampf relativ gut, würde ich mal sagen, oder? Also, alle Schusswaffen sind ... Der Herr sind doch effektiv im Nahen. Also, von Nahen einen Kopfschuss zu geben, ist doch effektiver als irgendwie aus 500 Meter Entfernung. Hm. Haben wir da? Ein Knochen. Sollte öfters in diese Fässer gucken. Nee. Kramer. Also, das war nicht hier. Doch, doch. Das war hier. Ach, jaja. Nee, deswegen wollte ich es relativ ruhig. So geworden, dass ... Die ist halt auch mal entspannt. Ich hab nämlich, wie gesagt, keinen Bock mehr auf rumgetrolle, rumgestochere. Und rumgenervt oder so in den Streams. Hab ich in der Vergangenheit schon gehabt und auch immer gehasst. Brauche ich jetzt gar nicht so was mehr. Deswegen bin ich da ein bisschen rigoros. Wenn etwas passiert bald, dann ... ... ist man halt vorgewornt. Weil ich da auch keinen Unterschied mache, ob dann ... ... ob es ein Bekannter ist oder ... ... ein Random. Wenn man sich halt scheiße verhält im Stream. ... oder sich nicht an Regeln halten möchte. Ja. Muss man mitleben. So, weil hier war ja auch noch eine Aufgabe. Bist du bereit? Ich wollte mich halt einen Auftrag zum Hörter erwähnen. Sollte ich mich vorbereiten, bevor ich gehe? Ich muss mich jetzt gehen. Ich habe sehr viel Heilkram. Wir zählen auf dich. Und ich schieße, was das Zeug hält. Und ich schieße, was das Zeug hält. ... und das Zeug hält. Ich gehe mit dem wofür! Ihr müsst eigentlich am richtigen Ort sein. Hey! Wer der به, du bist? du? Ich hörte, dass es hier Ärger gab. Hat sich die Lage schon berückt? Ach ja, es war eine Gruppe von Kerlen, die sich die Urayama-Gesellschaft nennen. Verstehe, muss ich mir mehr über diese Gesellschaft erzählen? Warum? Suchst du die oder wie? Nein, ich bin nur neugierig. Neugierig, was? Tut mir leid, aber jetzt kann ich dich nicht mehr agieren lassen. Mir wurde aufgetragen, jeden aufzugabeln, der hat der Gesellschaft fragt. Eigentlich hatte ich einen Pack dreckiger Ronin erwartet. So siehst du gar nicht aus. Müsste öfters auch hier in ein Lexikon kommen. Hier, wegen Ronin. Schon kapiert. In eurer kleinen Falle getappt. Warum spaßt ihr uns nicht etwas Stress? Komms brav mit. Wir sind in der Überzahl. Wenn das so ist, können wir die Zahlen etwas ausgleichen. Was? Er hat den Ausländer eingeladen. Ich dachte, du wolltest dein Gesicht nicht zeigen. Ach, so eine Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde auch nicht dabei zusehen, wie ein Freund allein zum Galgen geführt wird. Hm. Bei einem Schwarzmarkt-Händler hast du ausgeprägtes Ehrgefühl. Das nehme ich mal als Kompliment zum Borei. Hey, hier spielt die Musik. Jetzt quatscht die beide so rum. Hey, wenn ihr euch mitkommt, schlagen wir euch beide nieder. Keine Sorge. Unser Gespräch ist schon beendet. Scheiß drauf. Bringt sie beide rum. Macht es schmerzvoll. Der Ausländer soll bereuen, nicht in seinem Land geblieben zu sein. Okay, ja. Hier in dem Spiel hast du sehr viel Hass. Sehr viel Rassenhass. Okay, gut. Oh Gott! Nehme dies! Oh nein! Aua! Wieso kann er besser ausweichen, als ich? Nehme dies! Ja, sehr kacke. Aber egal. Ich hätte auch Schlitzi-Schlitzi machen können. War das? So viele Kugeln. Jetzt seid ihr dran mitreden. Könnt ihr zur Urayama-Gesellschaft? Nein. Ich schwöre, die haben uns nur angeheuert, um neugierige Schnüffler auswendig zu machen. Mehr wissen wir nicht. Dann müssen sie euch auch gesagt haben, wo ihr diese Leute hinbringen sollt. Was ist die Adresse? Wo ist die, oder? Ab Befehl sollen wir sie nur fesseln und unter einer Brücke zurücklassen. Bitte lasst mich gehen. Ich glaube, der Lärm kam von hier. Kommt Männer! Wir müssen von hier verschwinden. Verdammt! Ich glaube, das sind welche. Die verdammten Urayamas. Die Rissen wie eh und je. Zecken diese Kerle aus. Die dafür so vorsichtig sein müssen. Das ganze ist eine kaufmännische Gesellschaft, wenn man es so schimpfen kann. Sie reisen herum und verschachern wahre aus dem Ausland. Dabei ziehen sie Leute über den Tisch, die es nicht besser wissen. Natürlich haben sie sich auf die Art einige Feinde ja angelacht. Also haben die Auftragsmörder auf die Gehaltsliste Probleme aus dem Weg zu schaffen. Zwielichtige Schwarzmarkthändler, wie aus einem Bilderbuch also. Einer von eben jenen Auftragsmördern hat meinen besten Freund und Bruder Seimon mit dem Gewissen. Wie du sagtest, er wäre auch vor deinen Augen umgewacht worden? Damals war ich noch nicht im Waffenhandel tätig. Er handelte nur mit Lebensmitteln und anderen Waren aus dem Ausland. Seimon war Magistrat in Nagasaki. Er handelte mich nie wie ein Hinterwärtler aus Übersee. Nein, er half mir. Er wurde mein Freund. Ich glaube, er spürte, dass ich keine bösen Absichten hatte. Ich wollte Japan bloß zeigen, was die Welt zu bieten hat. Ich sehe schon. Es war ein aufrichtiges Geschäft, also handelte Seimon dich gut, was den Urayama gestunken haben muss. Ganz genau. Du musst wissen, Seimon hatte keine Nachsicht mit Betrügern, die sein Erfolg ausnehmen wollen. Ihn und mich auf einmal loszuwerden, wären für die Urayama-Gesellschaft drei Fliegen mit einer Klatsche gewesen. Deine Klatsche? Seimon starb. Neue Techniken lernen willst. Das werde ich. Das ist cool. Ich habe wieder eine neue Revolver-Fähigkeit gelernt. Verbesserte Patronenwissen. Stelle verbesserte Patronen beim Schmied her. Diese Patronen haben keinen ausgefallenen Effekt, aber verrichten ordentlich Schaden. So, jetzt können wir, ich glaube eher unten lang, ja, macht mehr Sinn, Patronen herzustellen. Und dann halt hier oben. Drachenfeuersalbe. Cool. Ich habe heute Lähmung getestet, fand ich lustig. Ich habe öfters bei meinen Waffen oder so dort Lähmungseffekte gehabt. Ist halt auch hilfreich. Der Gegner ist halt gelähmt und du kannst halt draufschlagen. Eigentlich ist das ja bei Hammer Betäubung halt hauptsächlich. Aber Lähmung geht auch. Und das lehrt er dann noch einen dabei. Also gerade bei Schild und Schwert, da hast du halt eher Zustände als Elemente. Und ich habe ja auch eine spezielle Schild- und Schwertwaffe von, was halt ganz ganz unten ist. Auf diesem Waffenbaum. Das ist halt so eine Katzenwaffe. So eine Katzenkralle ist das. Und die ist halt Lähmung. Und die ist halt gut. Macht einen guten Schaden. Und macht halt noch Lähmung. Nur was ich noch nicht so wirklich mache, ist halt... Ach, das mit den Talismane lohnt sich halt noch nicht so wirklich. Weil mal habe ich Feuerresistent irgendwie Stufe 2. Dann habe ich ein Gift-Amulett der Stufe 1 nur. Total random, glaube ich, wie die rauskommen. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Bei den Talismanen. Und was ich noch nicht so wirklich mache, ist halt die Waffe bei dem Schmied verstärken durch diese komischen Randale-Items oder so dort. Yes. Das mache ich halt noch nicht. Die sind zwar sehr, sehr gut dafür und Randale, wenn man die halt einmal versteht oder so, sind die halt sehr verständlich. Und ich habe halt jetzt eher dann gemacht, dass ich selber an den Ballisten dran bin. Weil, ja, da kannst du halt mit Rückstoß, also mit der Viereck-Taste so viel Schaden anrichten. Mit Dreieck an dem Kopf oder so, dass er betäubt ist und auf dem Boden fällt. Und dann halt auf den Boss gestürzt, anstatt irgendwie auf diese großen, fetten Viecher, die das Tor kaputt machen wollen. Dann lieber halt immer auf den Hauptboss. Weil dann ist halt schon die Randale zu Ende. Du kannst dich halt wirklich als einzelne Person nicht auf alles konzentrieren. Also ich muss so viel flitzen und rennen hier zu diesem Drachensperr, dann dorthin das aufstellen. Die Maschine ist kaputt, da nochmal neu aufstellen. Hinten fehlen noch ein paar Aufgaben, ein paar Teile. Also zu viert macht das Randale vielleicht mehr Bock als alleine. Alleine ist halt so, du musst halt alles machen. Weil NPCs können halt nicht schnell schießen auf einen. Die schießen so, piu, 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 so. Ist, ja. Ja, ein Schwächenvorteil ist auch noch gut. Ja, die ist lustig. Ich kann alle Sachen von dir selber sehen. Ja. Ich weiß nicht, was da noch alles... Also alles weiß ich halt nicht, was da noch kommt bei meinem Waffenbaum. Aber der wird ja nochmal erweitert, wenn jetzt noch Sunbreak rauskommt, Marco. Den Baum, den du jetzt erst hast, ist halt noch nicht mal fertig. So, du kannst bis welche Stufe? Das war halt wie bei Monster Hunter World. Da konntest du, glaube ich, bis Stufe 6 oder 7. Das war noch möglich. Und durch die Erweiterung, Iceborne, konntest du halt 12er beziehungsweise 13er Waffen herstellen. Seltenheit 7. Ja, siehste. Und Sunbreak oder so hat halt Erweiterung bis 13 oder bis 12 locker. Locker. Also wenn Sunbreak kommt oder so, ist der Baum erweitert. Geht halt noch weiter. Weil das habe ich halt bei anderen gesehen. Der Waffenbaum, der geht halt noch viel, viel weiter, wie halt bei World auch. Äh, ja, warte lieber mal, dann bekommst du selten 7 Stufe. Ja, ja. Und alle ist bei jeder Waffe anders. Ja, 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 ja. Der andere ist sehr lustig, ja, ja. Der Taugendenschuss, um den Gegner um dich herumzuschwimmeln und die Hand des toten Mannes um den Gegner vor dir zu entwaffnen. Legen wir gleich los. Ich hole die Jungs. Alle in Position. Ready? Go. Okay, jetzt lerne ich neue Sachen. Achso, die Fähigkeit der Waffe bei Randale, okay. Neige, hm? Und drücke Fiek, um schnell auf einen Gegner hinter dir zu feuern. Ah. Okay. Drücke wiederholt Fiek auf aufeinanderfolgende Angriffe, wiederholte Schüsse auf einen Gegner, bringen ihn dazu, seine Waffe fallen zu lassen. Und für die Waffe die Nände der Waffe, die sich also wiederholen kann man sich um den Geismen in den ersten Moment. Und für die Waffe direnter in der Waffe. Und für die Waffe. Und für die Waffe. Und so luckierend der Waffe. Die, die Fähigkeit der Waffe. Und indem er die Mälle der Waffe als die Waffe. Und für die Waffe. wiederholt bis er gegen seine waffen man Mann! Wie schnell ich Vierheck drücken muss. Great. Great. Ich wusste, du würdest den Dreh nur raushaben. Hand des toten Mannes wurde freigeschaltet. Du kannst die Fähigkeit erlernen, indem du eine Sehensphäre in dem entsprechenden Platz einsetzt. Du hast deine Fähigkeiten erneut auf die Probe zu stellen. Okay, also der ist halt für Schusswaffen. Habe ich für Freitänzer irgendwo einen gehabt? Der Komaki ist Straßenkämpfer. Geschwertkampf war da auch noch einer. Ich will, dass du jeden Mann abknallst, der auf dich zukommt. Je mehr du triffst, umso besser. Du musst schnell und präzise vorgehen. Ich wollte nur Blumen an ihn verkaufen. Meine Jungs werden dir keine Verstaufpause geben. Also bleib flink oder haxen. Du hast 60 Sekunden Zeit, um 20 Männer zu treffen. Alles klar. Ready? Go. Easy. Easy. Denk ich, hoffe ich. Einfach eher eins gedrückt halten und dann... Aua. What? Aua. Okay, also mit R1, dann schießt der halt langsamer als so, normal mit Viereck, okay. Ach, hier und Josef Junge, soll das eine Herausforderung sein. Essenz ist hereinlegt, jetzt wurde freigestaltet. Kannst du die Fähigkeit erlernen in den und einer Seelsferien in einem entsprechenden Platz? Okay. Kannst du die Übung jederzeit wiederholen, wenn du lustig bist. Deine Präzision bitte dir danken. Verstanden. Also, gibt es Neuigkeiten in Bezug auf die Urayama-Gesellschaft? Meine Jungs haben sich dahinter geklemmt. Wir müssen mit Bedacht vorgehen, schließlich können wir davon ausgehen, dass sie von uns wissen. Oder ist sie halt in jedem, wenn du von jemandem lernst, also bei Komaki ja auch eine eigene Story noch? Wahrscheinlich. Herr Jime, wirst du mit uns kommen, wenn wir ihr Geheimversteck erschnüffelt haben? Warum wollt ihr mich dabei haben? Weil ich weiß, dass du stark bist und meinen kühlen Kopf behältst. Meine Jungs haben viele geübt, aber in den echten Kämpfen sind sie nicht geprobt. Und um ehrlich zu sein, Partner, als hätte die Gesellschaft für mich meinen Haar umgelegt. Vermächtig Bammel. Hm, wenn es nur darum ginge, dass du deine Rache kriegst, würde ich mich raushalten. Aber mittlerweile habe ich begriffen, dass es mehr als das ist. Sicherlich, ähm, es ist der Same an der Rechen. Hauptsache, ich habe den Eindruck, dass du dich auch davon abhalten willst, andere zu verletzen. Stimmt. Es ist schon mächtig lange her, seit meinem Bruder starb. Und seitdem hat die Oriyama-Gesellschaft unzählige Menschen erpresst und ermordet. Bei diesen Umständen bist du womöglich der Einzige, der sie aufhalten kann. Eher, warum dir das Angst macht. In Ordnung. Ich werde mit dir gehen. Was würdest du? Sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. So, dann schaffen wir das. Ich danke dir, Haji. Dafür, dass du immer so eine finstere Visage hast, bist du wirklich ein guter Kerl. Das ist deine Art, dich zu bedanken? War nicht so gemeint. Also gut. Einer der Jungs wird dich kontaktieren, wenn der Moment der Wahrheit bevorsteht. Verstanden. Cool. Dann kann ich auch draußen noch ein bisschen Nebenquesten. Cool. Ein bisschen haben wir ja noch. So Story-mäßig, ja, sollten wir theoretisch auch weitermachen, weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Also ich kann mal die Story weiter anknacksen, weil die Neben-Stories, die laufen einen nicht weg. Und wir sind halt noch relativ am Anfang vom Spiel. Also, jetzt ohne Witz. Oh Gott. Ja. Böse Buben. Sag dich doch. Böse Buben. So ist viel schneller. Also wenn ich mit R1 ziele, ist langsam. Aber wenn ich das nicht mache, dann ist er schneller. Okay. Dann muss ich. Dann muss ich. Katzi. Katzi. Kann ich da irgendwas machen mit dir? Ich kann nix machen mit ihr. Schade. Kein Katzen-Content. Kann sie nicht streicheln. 17 Lose. Oh, die sollte ich mal, ähm, verballern. Da ist die zwielichtige Bar. Hier oben ist die Hauptstory. B-Haus. Ach, hier war die Schmiede. Materialhändler. Das ist ein Materialhändler. Sämpftenträger. Die Beförderung kostet euch 500. Ah. Okay, die können mich transportieren. Oh, die können mich bis nach oben bringen. Oder ganz nach unten. Ja, heilige Scheiße. Nee. Aber cool, dass ihr das könnt. Da bist du Schmied. Ausrüstung verbessern. Erstmal fertigen. Alter, wenn ich das sehe, ich denke direkt an einen Monster Hunter. Sind wir ganz ehrlich. Aber viele Spiele, die wurden halt so aufgebaut. Mit dem Waffenbaum. Handliche Klinge. Kuzu. Handliche Klinge. Ich habe eine spezielle Waffe bekommen, mit 500 Angreif. Kuzu. Was ich hier für Sachen hier brauche. Boah, drei Slots. Vier Slots. Aber nur 25er Angriff. Rostiges Schwert des Eroberers. Ja, ich glaube, das ist halt dann das Schwierige. Aber die kann halt zu der Waffe werden. Klinge des Shoguns. Schartiges Schwert. Herstellung in der Kurganischmiede. Nicht möglich. Goldschwert. Schartiges Magie-Schwert. Blutiger Schimmer. Rostwaffen. Ich muss sehr, 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 sehr viel ähm graften. Aber ich habe einen Goldhammer. Ich sehe das da oben. Hadronen. Können wir auch sehr viel machen. Tierschwanz. Feine Pferdemänner. Weißes Stirnband. Aquamarine. Boah, also einige Items, die sind aber sehr schwer zu bekommen. Drachenbart. Noch nie einen Drachen mit Bart gesehen. Aber okay, cool. Schön, dass es so etwas geben kann. Das haben wir hergestellt, genau. Ne, oder bekommen. Nicht hergestellt. Hochwertige Haut. Bündelklinge. Herstellen in der Kurganischmiede nicht möglich. Stimmt, ich muss ja noch hier spenden. Spende Waffen in deinem Inventar, um die Stufe der Kurganischmiede zu verbessern. Wir sind erst Stufe 2, deswegen. Vielleicht soll ich auch ein bisschen spenden, aber Waffen spenden ist, äh... Ich habe einen Odachi, ich kann es aber nicht führen. eigentlich brauche ich die handliche Klinge gar nicht mehr. Ich habe ja meine andere Waffe, die über 500 Angriff hat. Und halt gar nichts. Nein, Güte. Spenden bringt halt gar nichts. Verwärten. Verbessern. Kein Siegel ausgewählt. Ah, da habe ich halt zwei drauf gemacht. Das ist so. Rauferei habe ich halt gemacht. ein Siegel zum Verbessern von Ausrüstung erhöht die Verteidigung um eins. Eins. Rauferei ist ja, glaube ich, mehr Angriff oder sowas. Ich habe halt nur Billo-Sachen hier. Stufe 10 Variante B freigeschaltet. Ich verschaue, so und so. Materialhändler. Materialhändler. Was hast du für Materialien? Eisenspäne. Verbogene Schraube. Braut hat Zwei. Willst du für einen kaputten Zweig willst du Geld haben? Was ist mit dir los? Hochwertige Haut. Eisenhammer. Vulkansteinfragment. Bleiglob. Ja, der Schmied, das bringt mir noch nicht so wirklich hier was. Wie? Weiter ging knalliger her. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Darf ich fragen, was hier los ist? Zwei dieser Männer haben eine unverzeihliche Schandtat begangen. Und die wäre? Moment, du weißt nicht mal, wer von ihnen das war? Ich weiß, dass es jemand von diesen fünf Männern war. Fünf Männer. In Kio praktizieren vier Kollektivstrafen. Bis ich er weist, wer für eine... In Kio praktizieren wir Kollektivstrafen, wie du sicher weißt. Wer für eine Kriminalität verurteilt wird, sitzt seine Strafe gemeinsam ab. Diese fünf Schurken wurde dazu verdonnert, die Stationsgebäude der Dutschin zu säubern. Doch dann erfolgte ein kräftiger Vorfall. Das ist für eine Art Vorfall. Wir haben meinen wunderschönen... Wir haben einen wunderschönen Daifugumochi gegessen, auf den ich mich schon den ganzen Morgen gefreut hatte. Die anderen Dutschin waren auf Patrouille. Alle waren diese fünf die einzigen mit Zugang zum Pausenraum. Dutschin, ein niederer Beamter des Bakufu, der für die Recht und Ordnung zu sorgen hat und sich der kriminellen Elemente einer Stadt annimmt. Gemäß Augenzeuge berichten, haben sich zwei von ihnen hinter der Station getroffen. Jetzt muss ich nur herausfinden, welche beiden es waren. was gesagt, zwei dieser fünf die zu Sozialdienst verurteilt worden waren, haben dein Mochi geklaut und gegessen. Ja, unfassbar, wozu die Menschen fähig sind, oder? Ja. Zwei Lügen. Ich versuche die möglichen Übertäter zu vernehmen. Doch ihre Geschichten widersprechen sich. Wahrscheinlich lügen die beiden Schuldigen um meine Ermittlungen zu sabotieren. Warte, ich hab's. Warum redest du nicht mit ihnen? Was würde das bringen? Ehrlich zu sein, bin ich noch zu traumatisiert vom Verlust meines Fugumonji, um klar zu denken, so kann ich keine Polizeiarbeit leisten. Entschuldigen, schläden sich nicht und mir reißt langsam der Geduldsfaden. Bleibt mir wohl nur noch die Todesstrafe als Option. Was? Nein! Aber du wirkst wie ein schlauer Bursche. vielleicht könntest du eine rationale Entscheidung treffen, als es mir derzeit möglich ist. Komm schon. Sieh es als deine bürgerliche Flücht an. Dein Mochi, nein, na gut, ich rede mit ihnen. Sind wie ein braver Bürger. Na schön. Ich höre mir an, was sie zu sagen haben. Hervorragend. Sorry. Rede mit ihnen allen und sieh, ob du mit ihren Geschichten etwas anfangen kannst. Männer, stellt euch vor. Von links nach rechts gehend. Ich bin Higashihara. Higashihara. Higashihama. Mein Name ist Nakagawa. Mina Mino. Mina Mino. Mein Name lautet Kitayama, mein Herr. Das sind sie. Sprich mit ihnen und melde dich bei mir, wenn du die Schuldigen auswendig gemacht hast. Also gut, Männer, stellt euch ein Reihe und Glied auf, um von diesem Hilfs Inspektor Vöger zu werden. Es ist doch jetzt echt jetzt. Oh, er speichern immer gut. Hören wir uns mal nach und nach etwas an, was die zu sagen haben oder was wir in Erfahrung bringen können. Detektiv Diki Du. Higashihara war dein Name, oder? Was kannst du mir über das Mochi sagen? Ich weiß nur, dass Kitajima einer der Täter sein muss. Ich habe gesehen, wie er das Ding in der Hand hatte. Also besteht kein Zweifel. laut Higashihara ist Kitajima einer der Täter. Und du? Kitajima? Was weißt du über den Vorfall? Ein spannender Fall, nicht? Ich weiß nur, dass entweder Nakagawa-san oder Minamino-san schuldig ist, aber nicht beide. Entweder oder. Aber warum sagst du aber nicht beide? Warum sollen es nicht beide sein? Laut Kitajima sind entweder Nakagawa oder Minamino-san Täter. Aber auf keinen Fall beide. Was ist mit dir? Minamino? Was kannst du mir erzählen? Es muss ein Nishima gewesen sein, ein Kimono-wa voll mit Daifuku-Puder. Ich hab's gesehen. Laut Minamino ist Nishiyama einer der Täter. Und do? Nakagawa? Könntest du mir sagen, was du zu der Sache weißt? Ich habe Minamino mit Mochi-Füllungen zwischen den Zähnen gesehen. Außerdem war ich die ganze Zeit bei Nishiyama. Also kann er das nicht gewesen sein. Laut Nakagawa ist Minamino schuldig und Nishiyama hat ein Alibi. Und du? Lass Lass deine Aussage höre Nishiyama. Nur Higashira und Minamino hatten die Schlüssel zum Pausenraum. Mindestens einer von ihnen muss beteiligt sein. Laut Nishiyama sind entweder Higashira Minamino oder beide schuldig. Ähm. Es ist gar nicht so eindeutig. Was bei dir nochmal? Nur Higa und Sonso hatten den Schlüssel. Du sagtest? Nein. Du. Du sagtest? Peter G einer der Täter sein muss. Ich habe gesehen, wie er das Ding in der Hand hatte. Also steht kein Zweifel. Also wenn man den hört, hatten die Schlüssel zum Pausenraum. Mindestens einer von ihnen muss beteiligt sein. Kann ich nicht einfach mit dem Schwert rumfuchteln und denen Angst machen und dir als erstes in die Hosen pisst. Der ist der Täter. Minamino mit Mochi Füllung zwischen den Zählen gesehen. Außerdem war ich die ganze Zeit mit Nishiyama also kann er erst nicht gewesen sein. Müsse Nishiyama gewesen sein. Kiemen Ich hab's gesehen. Aber du sagt es Minamino Er sagt er sagt er sagt Er sagt 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 er oder was hat er noch gesagt? den Schlüssel hatte. Iga und Mina. Was weiß ich über den Vorfall? Entweder Nakagawa oder Minamo. Entschuldige, es ist aber nicht beide. Das ist halt so schwierig. Man würde denken, dass das die beiden, aber es sind nicht die beiden. Er schützt ihn und er ist so ein bisschen am Stottern Nishiyama. Er hingegen sagt, dass er die Schlüssel zum Pauseraum hat und er. Also er ist schon mal am verdächtigsten. Aber das Verwirrende ist das hier von ihm. Ich habe Minamino mit Mochi-Füttung zwischen den Zähnen gesehen. Außerdem war ich die ganze Zeit mit Nishiyama. Also kann er es nicht gewesen sein. Also er war mit ihm unterwegs. Also ist auf jeden Fall er verdächtig. Alibi hat er. Er sagt, es ist einer von den beiden, aber nicht alle beide. Also Minamino, längere Auswahl. Du warst Peter G. mal einer der Täter sein muss. Ich habe gesehen, wie er das Ding in der Hand hatte. Also besteht kein Zweifel. Entweder so und so oder so und so ist. Die beiden, aber nicht beide gleichzeitig. Also er auf jeden Fall. Also der hier. Einer. Einer. Die anderen beiden, die reden sich raus. Siehst du? Zwei von ihnen Lügen? Kannst du bitte den Fall des verschwundenen Mochi lösen? Ich habe ja davor gespeichert. Hä? Da war es. Nein, warte. Geh zu ihnen und zeig sie mir. Geh zu ihnen lieber hier vor. Es ist unfair, aber ähm... Ich wähle auf jeden Fall ihn. Ich weiß nicht, ob er lügt. Aber er sagte, dass er den Schlüssel zum Pausenraum hat. Und er. Er kann wahrscheinlich die Schuld einfach nur auf ihn schieben. Er findet das ganz interessant und sagt... Von den beiden, aber es können nicht beide zusammen sein. Also gehe ich dann von aus, dass... Und das wenn... Vielleicht ist das hier der beste Tipp... In einem Pausenraum. Dass es halt... Der und der sind. Kann aber auch... Fäuschen. Das, weil er ja den... Pausenraum... Das weiß. Woher weiß er das überhaupt? Okay, ich wähle erstmal... Minamino. Du meinst wirklich ich was? Du bist der Täter. Ich klage dich. Lässt dein Fokuliebschatz an. Und... Jetzt die Wahl. Entweder er... Oder er. Aber er glaube ich halt... Er meinte, dass er halt... Ihn gesehen hat bei dem... Dings verzehren. Er sagt aber, dass... Er vom Pausenraum den Schlüssel hat. Und er... Habe ja gespeichert. Von daher... Wie gleich Jahre? Was? Willst du etwa mich beschuldigen? Du bist der Täter. Aber... Klage dich! Hier ist dein Fokuliebschatz an! Hm. Die Schuldigen sind... Jäger ist Jahre. Und Minamino. Bin ich mir sicher, dass es diese beiden waren? Ich... Einer? Vielleicht auf jeden Fall? Ego-Cam oder... Sind alle gleich? Nee, es ist ja nicht... Dings, dass du halt sehen kannst oder so. Wie die sich halt... Vielleicht hättest du das sehen... Aber ich weiß nicht, ob man das sehen könnte. Hm. Der eine war am Zucken immer mit der Hand. Der irgendwie immer so... Abgespeichert davor. Abgespeichert davor. Diese beiden waren es. Die den Mutti gemampft haben. Seid ihr die Jubelteller, die sich an meinem Fugumochi vergriffen haben? Hä, die können auch jetzt einfach sagen so... Nein! Vermut ist es, ne? Wir sehen es bei CSI oder FI. Ja! Das ist jetzt kein Dings hier bei dem Spiel, wo das wichtig ist bei... Wie hieß es? Das ist das... Polizei-Mafia-ähnliche, so und so Spiel. Ähm... Da ist es halt wirklich wichtig, weil du halt die Mimik und so achten musst. Und... Die Gesichtszüge halt richtig deuten musst. Aber aber hier... Hm. Gar nicht so einfach, sich aus dem Stehgreif ein gutes Alibi zu überlegen. Allerdings... Hä? Also wart ihr es wirklich. Ihr habt uns erwischt. Aber zu meiner Verteidigung, dass der Fugusa wirklich unwiderstehlich ist. Ah! Detektiv Dierki! Detektiv Dierki! Beim Anblick dieses weichen, weißen, wundervollen Mutti... Habe ich mich einfach selbst vergessen. Ich kann es nicht fassen. Ja, er hat den besten Tipp eigentlich gegeben. Er sagte halt, dass die beiden halt den Schlüssel zum Bausenraum hatten. Der in der Mitte sagt oder so, dass auf keinen Fall links... Beziehungsweise rechts neben ihm. Also hier der... Den... Den Blau, der das nicht sein kann, weil der die ganze Zeit in seiner Nähe war. Und ganz links, der sagt einfach, dass er... Behauptet, ganz rechts... Er... Hätte das irgendwie... Gesehen, dass er das genommen hätte und so. Und der ganz rechts sagt halt, dass der in Gelb oder der in Grünes sein kann. Aber nicht beide zusammen. So, deswegen ist für mich halt der in Grün und da ganz links oder so der... Eher am verdächtigsten, weil ganz rechts... Ich glaube nicht, weil durch seine Art, wie er das halt sagte... Ja, und der hier in Grün hat sich halt verdächtig gemacht. Wahrscheinlich wegen den Stottern. So, damit das halt die leichtere Entscheidung ist. Es tut mir leid, dass wir euch drei da mit reingezogen haben. Ganz ehrlich. Ja. Mir auch. Vergesst es. Entschuldigung, abgelehnt. Ab mit dem Kopf. Was? Hm. Weil, wie gesagt, ist halt wie in Judgment Detektiv Dirk hier am Start. Ich kann das. Eigentlich war es Glückssache. Ganz recht. Manche Missetaten sind einfach unverzeihlich. Nihiyama. Nakagawa. Steht mich nicht falsch. Wir sind nicht angefressen, weil wir von diesem Dojin in die Mangel genommen wurden. Also. Warum könnt ihr uns nicht vergeben? Ihr rafft es nicht. Wir sind wütend, dass ihr uns angelogen habt. Ikashira. Minamino. Wir fünf sind doch ein Team. Wir sind die Power Rangers. Oder was? Wir gehen zusammen durch Tick und Dünn. Und überstehen gemeinsam Zeiten, in denen wir einfach alles für ein köstliches Mochi tun würden. Mochis. Mochis sind halt auch lecker. Aber ich würde doch nie. Also. Sind schon geil. Auch so diese Eismochis sind schon sehr, sehr geil. Nein. Warum? Ja, go, go. Power Rangers. Nichts ist wichtiger, als einander mit Tatkraft und Ehrlichkeit zur Seite zu stehen. Das ist unser Ehrenkodex. Oder nicht? Ich jammer. Du tust das so gut. Es tut mir so leid, Leute. Wir haben Mist gebaut. Nun. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Dann haben wir fünf und sehr wieder vertragen. Und diesmal ist unsere Freundschaft stärker als je zuvor. Lass uns da Fugumochi essen gehen. Ja, das klingt nach einem Plan. Ihr bezahlt. Das ist das Mindeste. Hätte ich auch gemacht so. Hätte ich gesagt so. Wenn ihr das dann wart, dann zahlt ihr wenigstens dann. Was? Aber. Das ist das Mindeste. Oh. Sie sind die nicht drollig, die fünf. Moment mal, die rührende Freundschaft dieser fünf Männer hat mich so bewegt, dass ich sie einfach laufen lassen habe. So ein Mist. Aber egal. Du hast mich mit deiner Detektivarbeit heute wirklich beeindruckt. Nimm das hier als Belohnung für das Lösen des Falls. Götter schlechter Talisman erhalten. Und ihr stehen bleiben. Fahle gefacks auf mich. Ich schuldet mir auch ein Mutti. Verstanden? Zwei Lügen. Kios kleiner Helfer. Oh, wir haben noch zwei Sachen zum Aufrüsten, die wir noch nicht gesehen haben. Was? Ach, hier. Hand des toten Mannes. Sieh mit an, wie lange ein Mann seinen wertvollen Stahl festhalten kann, wenn du darauf zielst und hebe reingelassen Waffen mit Kreis auf. Ich setze es hereinlegend. Einen Mann von hinten anzugreifen ist herzlos, aber am besten schießt man jedem, der es versucht, das Herz heraus. Verbraucht Heat. Okay, Dreieck, wenn ein Gegner von hinten mit einem Schwert angreift. Okay, das ist geil. Ach, ja. Mann, ich will halt alles trainieren. Ich hab halt Revolver am wenigsten gemacht. Tja. Ich wollte ja eigentlich hier weitermachen, aber ich glaube, dass... Wir haben heute viele Nebenquests gemacht. Wir haben halt auch sehr viel gelabert. Es tut mir leid. Äh... Nächste Woche geht's weiter. Ja... Das geht halt noch ein paar Wochen, so, oder vielleicht Monate. Es tut mir leid, aber ich zögere das manchmal hinaus. Hätte ich's privat gespielt, sind wir ganz ehrlich, oder so, dort, dann wär's halt nach ein paar Tagen definitiv zu Ende. So, bin ich ganz ehrlich, weil ich halt dann... Und dann hocke ich da so meine acht bis zwölf Stunden oder so am Tag. Dann ist es... Ist es so gut wie geschafft. So, wir... Wir speichern das natürlich noch. Gehen dann... Zurück zum Titelbildschirm. Abhin uns von Rioma. Liebe. Und sehen Rioma dann halt nächsten Freitag wieder um 20 Uhr. Ach, jön, jön, jön. Ihr Lieben! War ein sehr, sehr aufschlussreicher Stream. Ein, äh... Ein recht ruhiger Stream, was ich gut finde. Äh, wir haben sehr, sehr viel gequatscht nebenher. Äh, ja, dank geht raus auch an alle Leute, die sich das angetan haben. Ähm, verzeiht mir, wenn ich halt gerade an einem Freitag-Stream so ein bisschen mehr quatsche. Morgen ist es aber auch nicht besser. Morgen, ähm, Yakuza 5. Da sind wir schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Sehr, sehr weit vorne so. Und da geht's ab 17 Uhr morgen weiter. Bis 2 Uhr oder so dort. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei... Äh, bei euch, ihr Lieben. Und, ähm, ja, hier auf YouTube war's das für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also hier auf YouTube. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss für mich.